So, ich begrüße Sie sehr herzlich in der Heinrich-Böll-Stiftung zur Diskussion Reformfall, Reformschule, die wir gemeinsam mit dem Dumont Buchverlag hier heute durchführen. Mein Name ist Stefan Erdner, ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft hier im Hause und ich freue mich sehr, dass Sie heute in die Heinrich-Böll-Stiftung gekommen sind. Es ist gut zehn Jahre her, dass sich zwei ehemalige Schüler der Odenwaldschule an die Öffentlichkeit wandten, um über sexuelle Gewalt an der hessischen Vorzeigereformschule zu berichten. Aber erst vor etwas mehr als einem Jahr, in einem zweiten Anlauf, hat die breite Öffentlichkeit von den Taten Kenntnis genommen, die ein Kreis von Lehrern rund um den ehemaligen Schulleiter Gerold Becker drei Jahrzehnte lang an Kindern der Schule verübt haben. Über die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule hat der Taz-Journalist Christian Füller nun ein Buch geschrieben, das die Opfer der sexuellen Gewalt zu Wort kommen lässt. Und das versucht das Missbrauchssystem, um Gerold Becker aufzudecken. Nun könnte man sagen, dass es sich bei der sexuellen Gewalt an der Odenwaldschule um Taten einzelner kranker Männer handelte, Taten, die mit der Reformpädagogik an sich nichts zu tun hatten. Ganz sicher bedeutete der systematische Missbrauch von über 100 Kindern in den hermetisch abgeschlossenen Internatstrukturen eine Abkehr von den Idealen der Reformpädagogik. Füllers Buch trägt deshalb zu Recht den Untertitel, wie die Reformschule ihre Ideale missbrauchte. Füller geht aber weiter und fragt, ob Missbrauch eine besondere Achillesferse der Reformpädagogik ist. Wir wissen, dass es sexuelle Gewalt nicht allein an reformpädagogischen Einrichtungen gegeben hat. So war es unter anderem die Aufdeckung von sexuellen Übergriffen am katholischen Canisius-Kolleg, die auch die Debatte an der Odenwaldschule letztlich ins Rollen brachte. Und wir wissen auch, dass die Odenwaldschule zwar eine der Vorreiterschulen einer modernen Pädagogik in Deutschland ist, aber dass sie nicht für die Reformpädagogik steht. Dennoch glauben wir, dass es richtig ist, sich der Frage zu stellen, ob die besondere Nähe zum Kind und die libertären Grundhaltungen, die vielen reformpädagogischen Konzeptionen gemein ist, eine besondere Gefahr für den Missbrauch darstellen können. Das ist uns auch deshalb sehr wichtig, weil von der Reformpädagogik wertvolle Impulse ausgingen und immer noch ausgehen, auch für die ganz normalen Schulen, die heute schon viele Elemente der Reformschulen übernommen haben. Die Vorstellung, dass Schule Kinder unterrichten soll und nicht Fächer, dass es in der Schule nicht um das Pauken von Wissen geht, sondern um die Befähigung zum Handeln und um demokratische Haltung, das ist und bleibt richtig. Gerade deshalb darf die Reformpädagogik den Fragen nicht ausweichen, unserer Meinung nach, die der Skandal an der Odenwaldschule aufwirft. Die Fragen, welche Kontrollmechanismen und Überprüfungen müssen sich auch die Reformschulen stellen, welche Rolle spielt die demokratische Verfassung von Schulen und auch die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass es so viel Verdrängung und Wegschauen in der pädagogischen Community gegeben hat, obwohl im Odenwald doch ganz offensichtlich gegen das Wohl von Kindern gehandelt wurde, diese Fragen sind wichtig und ich freue mich sehr, dass wir diese Fragen heute hier in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutieren können und wünsche uns allen bei der Diskussion dieser Fragen einen aufschlussreichen Abend. Ich übergebe das Wort nun an den Zeitredakteur Martin Spiewak, der Ihnen jetzt die Gäste der Diskussion vorstellen wird. Wir werden dann Ausschnitte eines Films sehen und dann in die Diskussion einsteigen, die Herr Spiewak moderieren wird. Herr Spiewak, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ertner. Auch von mir herzliche Begrüßung, meine Damen und Herren, liebe Gäste, dass Sie an einem doch recht schönen Tag hier die Zeit gefunden haben, zu einem doch so schwierigen und schmerzhaften Thema sich mit diesem zu beschäftigen, nämlich dem sexuellen Missbrauch von Kindern in pädagogischen Einrichtungen. Herr Ertner hat die Einführung gegeben, hat darauf hingewiesen, ein Jahr ist es jetzt genau her, dass die Ereignisse an der Odenwaldschule, was also damals passierte, an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ein Jahr lang danach kommt ein Buch heraus von Christian Füller, Taz-Redakteur, Bildungsexperte. Er hat sich schon auch davor des Öfteren mit der Odenwaldschule beschäftigt und war dann umso entsetzter, als diese Nachrichten in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Er hat darüber ein Buch geschrieben. Eine seiner Thesen ist zugespitzt, wie das unter anderem auch sein Stil ist, wie man ihn auch aus der Taz kennt, dass die Odenwaldschule Anfang der 70er Jahre von einer pädosexuellen Clique mehr oder minder gekapert wurde und dass da unter dem Deckmantel der Reformpädagogik systematischer Missbrauch geschah. Es war aber nicht nur diese Clique, sondern es standen Strukturen dahinter, es standen Personen dahinter, die sich auch nicht nur auf die Odenwaldschule beschränken ließen. Darüber wollen wir reden, über das Buch, aber auch über das Phänomen insgesamt. Wir erst hier auf dem Podium und dann mit Ihnen auch im Publikum. Ich will ganz kurz hier vorstellen, wer hier vorne sitzt. Ganz links von mir Christine Bergmann. Sie ist die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Rechts von mir die zweite Dame Ulrike Kegler. Sie leitet die staatliche Montessori-Schule in Potsdam. Ihre Schule sieht sich durchaus in der Tradition der Reformpädagogik, wenn ich das richtig sehe, ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Schulpreis. Links von mir Herr Salman Ansari. Er unterrichtete viele, viele Jahre an der Odenwaldschule, auch in der Zeit, als es diesen systematischen Missbrauch gab. Ohne es, glaube ich, genau zu wissen, was da passiert ist, gilt er jedoch als einer derjenigen oder einen der wenigen Lehrern, der gegen den damaligen Schulleiter, der Name fiel schon, Gerhard Becker, opponierte. Heute engagierte er sich in dem Film Glasbrechen, der für die Opfer der Odenwaldschule, aber auch sonst des sexuellen Missbrauchs kämpft. Bevor wir jedoch jetzt in die Diskussion einsteigen, wollen wir einen ganz kurzen Filmausschnitt sehen, eines Dokumentarfilms. Der Film heißt Und wir sind nicht die einzigen. Der Film ist noch nicht ganz fertig, wird im Mai bei Dreisat gezeigt, aber der Autor Christoph Röhl hat uns schon mal erlaubt, ein paar Szenen zu sehen. Das dauert ungefähr zehn Minuten und dann werden wir hier in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank trotzdem, Herr Röhl. Es war so ein bisschen schwierig, auch mit der Technik in den letzten Tagen, weil der Film ist eben noch nicht ganz fertig und es musste jetzt relativ kurz gehen. Aber ich glaube, wir haben hier trotzdem sehr eindrucksvolle Zeugnisse von Menschen gesehen, die also 30 Jahre, nachdem das passiert ist, noch immer mit dem, was passiert ist, da zu kämpfen haben. Die eine oder andere Sache haben Sie vielleicht schon mal gelesen. Man hat ja relativ viel gelesen in den letzten Jahren, in den letzten zwölf Monaten. Auch das, was an der Odenwaldschule passiert ist. Aber wenn man sich diese Zeugnisse jetzt anschaut, diese Menschen nochmal sieht, glaube ich, kann man das immer noch schwer verstehen oder eigentlich nicht glauben. Herr Füller, Sie haben das jetzt sehr intensiv recherchiert. Sie haben mit Betroffenen geredet, Sie haben mit Lehrern geredet, Sie haben mit vielen Kennern der Schule geredet. Was würden Sie sagen, wer hat an dieser Schule eigentlich versagt? Waren es nun die Täter nur? Waren es die Lehrer? Waren es die Eltern? War es insgesamt die Reformpädagogik? Also, erstmal vielen Dank, Christoph, dass wir da was davon sehen konnten. Ich habe ja versucht, in dem Buch das auch so zu machen, dass ich erstmal sozusagen die Betroffenen zu Wort kommen lasse. Und mir geht es ja so, ich habe ja den Film letztens bei Christoph Röhl sehen können. Das ist ja so, dass man dann hinterher erstmal einfach gar nicht mehr kann. Ich finde, am meisten haben versagt, die Lehrer dieser Schule, die diese Männer, die wir jetzt gesehen haben, als Jugendliche abgewehrt haben. Es gab nämlich viele Versuche von Schülern, also die Odenwaldschule ist ja sozusagen die Schule des besseren Deutschland, die wirklich demokratiefördernd war, eine sehr demokratische Schule. Und da gab es ja wirklich Schüler, die versucht haben, sich zu wehren. Und zwar nicht nur, dass sie dem Bäcker alle runtergehauen haben oder so, dass sie gesagt haben, das geht nicht, sondern dass sie zu Lehrern sind, zu Hospitanten, auch zu Bäcker selber. Ein 14-jähriger französischer Schüler ist dahin. Und ich finde das so toll, dass sie das probiert haben, dass sie den Mumm haben. Und das steht ja auch im Abschlussbericht von Frau Burgsmüller und Frau Tillmann, dass es eigentlich unfasslich ist, dass an so einer Schule die Versuche von Schülern, das aufzuklären, sozusagen wirklich aktiv abgewehrt wurden. Die wurden von der Schule geworfen. Die wurden zum Schweigen gebracht. Und das, finde ich, ist das größte Versagen innerhalb der Schule. Und das ist auch mir, ehrlich gesagt, nach diesen Recherchen immer noch nicht wirklich erklärlich, da wir uns ja immerhin an einer Schule befinden. Also keine Winkelschule irgendwo im Wald. Es ist eine Schule im Wald, aber es ist sozusagen die hell erleuchtete, das Flaggschiff der Reformpädagogik, in der sich ständig Besucher aufgehalten haben. Also die Ulrike Kegler kann das ja sagen, auch an ihrer Schule ist es ja so, dass da permanent Besucher kommen. Und so war das auch an dieser Schule. Also Hartmut von Hentig war Dauergast. Helmut Becker, der heimliche Kultusminister der Nation, der das Max-Planck-Institut begründet hat, war dort Dauergast. Und also es haben die Lehrer versagt. Es haben, und das ist sozusagen in der Recherche, das sind auch die Gruppen, mit denen man eigentlich nicht reden kann. Es haben eigentlich eine ganze liberale Elite versagt. Weil ich kann einfach nicht glauben, auch wenn ich es sozusagen im Detail, das ist nicht so einfach nach 35 Jahren, belegen kann, aber ich kann nicht glauben, dass die das alle nicht mitgekriegt haben. Also unser ehemaliger Bundespräsident Richard von Weizsäcker, den ich viermal angeschrieben habe, war Mitglied des Aufsichtsrats der Schule, also des Trägervereins. Und 1974 gab es eine Art Putsch gegen Gerold Becker. Acht Lehrer haben gesagt, das geht nicht so weiter. Die wussten nicht, dass Missbrauch gemacht wird, aber die wussten, das ist zu nah, das ist grenzüberschreitend, das geht nicht. Acht Lehrer machen einen Putsch, der Trägerverein entscheidet darüber, wie geht es weiter, und die acht Lehrer fliegen raus. Und in dieser Sitzung ist Richard von Weizsäcker. Und ich meine, der Mann hat politisch einfach voll drauf, der versteht so etwas, und wenn man ihn heute fragt, dann sagt er, ich kann mich nicht erinnern, ich äußere mich dazu nicht. Und es sind die beiden Hauptgruppen, es gibt auch noch eine dritte Gruppe, die Eltern. Ich habe sehr wenige Eltern gefunden, die mit mir geredet haben. Ich habe einen Vater gefunden, einen Industriekapitän, ein wirklich wichtiger Mann in der Bundesrepublik, dem Gerold Becker am Flughafen in Frankfurt gesteht, bei einem Treffen, wo es um etwas ganz anderes geht. Ich habe ein Liebesverhältnis zu ihrem Sohn. Und dieser Mann, der, weiß ich nicht, ein Milliardenunternehmen leitet, der ist total weg. Der ist vom Kopf gestoßen. Und nimmt seinen Sohn aus der Schule und der Laden läuft weiter. Das sind die Fragen, die ich auch nicht alle beantworten kann, wo man sozusagen, aber ein bisschen näher heranfahren konnte, glaube ich. Und das ist das Versagen einer demokratischen Gesellschaft für mich. Vielleicht eine Nachfrage. Was vermuten Sie denn, warum diese Leute, die Sie jetzt aufgezählt haben, Lehrer, aber auch noch das Umfeld, das pädagogische Umfeld, das politische Umfeld, dort nicht Konsequenzen in irgendeiner Weise gezogen hat? Warum? Es war natürlich ein Flaggschiff der Reformpädagogik. Das ist richtig. Aber angesichts dieser Missstände, die natürlich noch nicht alle bekannt waren, aber es waren ja doch andere pädagogische Missstände bekannt. Die sprachen an, diese doch sehr starke Nähe in Ihrem Buch, also zwischen Kindern und den Lehrern. In Ihrem Buch wird mehrfach auch erzählt, da mal die ja letztlich pädagogisch unhaltbaren Zustände, was Alkohol angeht, was Drogen angeht und so weiter und so fort, was ja auch jedem hätte eigentlich auffallen müssen. Warum ist es nicht an die Öffentlichkeit gekommen? Warum hatte es keine Konsequenzen, vermuten Sie? Also ich glaube, das ist eine Mixtur, die nicht so einfach zu klären. Ich hoffe, dass wir in der Diskussion weiterkommen. Also wichtig ist, natürlich sind die 70er Jahre, in denen sozusagen ein anti-autoritärer gesellschaftlicher Schwung kommt und eine sozusagen auch sexuelle Befreiung, die in dieser Schule auch sozusagen einschlägt wie eine Bombe. Das, was ich als Behauptung habe, dass es zwischen 69 und 72 eine päderastische Verschwörung gibt. Ich kann nicht glauben, dass es Zufall ist, wenn vier Leute, die nicht mal Lehrer sind, innerhalb von kurzer Zeit an dieser Schule anheuern und alle kommen aus dem gleichen Background, nämlich einer sozusagen einer pädophil-homoerotischen Linie aus der deutschen Jugendbewegung, Deutsche Jungenschaft 1.11. Darauf berufen die sich, Jungwandervögel aus diesem Umfeld der Burg Waldeck, dem deutschen Woodstock, also eine sexuelle Befreiung. Aber natürlich sage ich mal, es betrifft, man kann sich nicht nur auf die Zeit rausreden, man muss sich im Klaren sein, dass dort Lehrer sind, die an einer Schule sind, wo es heißt, das Kind steht im Mittelpunkt. Die sagen, Ellen K. Die Urmutter der Reformpädagogik, die sagt, wir machen eine Pädagogik vom Kinde aus und wir verhindern die Seelenmorde an den staatlichen Schulen, indem wir eine andere Schule machen. Da sind Lehrer da, die auf dieses sozusagen, das ist hier Grundethos. Und die kriegen alle irgendwie was mit, also nicht alle, das ist ja das Missbrauchsystem, müssen wir dazu kommen, ist ja so, dass die Schule geteilt wird, die Institution, in einen sehr kleinen Teil von Menschen, die das wissen, also das Täterumfeld und einen größeren Teil von naiven Zuschauern oder auch, weiß ich nicht, Ahnungslosen, die das natürlich nicht wissen. Das ist, wenn man mit Missbrauchsexperten redet, vielleicht kann uns Frau Bergmann sozusagen ein Grundmuster des institutionellen Missbrauchs. An der Odenwaldschule habe ich natürlich den Schock gekriegt, in einem Jahr Recherche sozusagen, sie treffen immer wieder auf Symbole und auf Hinweise, wo sie sagen, das kann man doch nicht übersehen. Also was bedeutet es, wenn ein Abschlussjahrgang, ein Abiturjahrgang dem Rektor an dem Tag als Besuch, als neue Eltern zu Besuch kommen, einen vier Meter großen Phallus drei Wochen lang im Wald geschnitzt, ein Baumstamm, ein Penisworms auf den Platz der Schule direkt vor das Rektorenbüro stellen. Die Putzfrauen sehen das, die kriegen das Ding erstmal nicht umgerissen. Ich frage mich sozusagen, wie kann an einer Schule ein solches Fanal passieren, ohne dass jemand sagt, sag mal, kann doch nicht sein. Herr Ansari, Sie waren Lehrer an dieser Schule genau in dieser Zeit. Ich habe Ihre Rolle so ein bisschen beschrieben. Trotzdem die Frage, werfen auch Sie sich etwas vor? Ja, natürlich werfe ich mir vor, dass... Jetzt? Sag mal, du musst einfach näher hingehen, mit dem Untertitel. Also ich werfe mir vor, dass ich bestimmte Dinge zwar nah dran war, aber nicht die Dimension des Missbrauchs entdeckt habe. Das konnte ich einfach nicht erkennen damals. Vielleicht wollte ich nicht. Jedenfalls, ich habe mir alles Mögliche vorgestellt, aber nicht den sexuellen Missbrauch. Ich war gegen diese laissez-faire-Atmosphäre, auch gegen die Vorstellung, wir seien die Besten in dieser Welt. Wir sind praktisch, wenn es eine Olympiade gäbe, die Pädagogik, dann sind wir die Weltmeister quasi. Und das hat mich sehr gestört, dieses Selbstverständnis, wir seien gut. Und das wurde ja auch von der Öffentlichkeit, von Pressern, von Zeitungen, von illustren Persönlichkeiten dieser Republik uns immer wieder bescheinigt, ohne dass jemand das begründet hätte. Denn ich frage mich ja heute noch, wenn wir an einem Flaggschiff, sozusagen der Reformpädagogik waren, dann frage ich mich, was bedeutet das? Was heißt das? Woran konkret erkennt man das? Und das hat ein bisschen gefehlt und das ist mir aufgefallen. Ich bin ja nicht als Pädagoge ausgebildet. Das ist vielleicht ein Nachteil, vielleicht war es auch ein Vorteil. Ich bin Chemiker und bin durch einen Zufall an die Odenwaldschule geraten, ohne jegliche pädagogische Erfahrung oder Erfahrung im Unterricht und in Heimatziehung schon gar nicht. Das war schon ein Risikofall für die Odenwaldschule. Also ich hätte da sehr leicht scheitern können. Und daran sehen Sie auch die Leichtfertigkeit, mit der die Pädagogik gemacht worden ist, dass man völlig unbekannter Leute aufnimmt. Sie sind von heute auf morgen verantwortlich für neue Kinder, ohne eine Einführung, ohne eine als Lehrer und Erzieher, also doppelte Belastung. Und darin sehen Sie die Fahrlässigkeit solch einer Pädagogik. Und im Grunde genommen kann die Odenwaldschule heute noch nicht sagen, worin dieses Besondere eigentlich bestand. Was heißt Nähe zum Kind? Nicht sehr Nähe zum Kind. Ich frage mich, was ist das eigentlich? Ist es körperlicher Nähe? Ist es eine emotionale Nähe? Ich kann näher definieren als ein Bemühen um das Kind, um mitzuteilen, dass ich alles tun werde für deine seelische und körperliche Unversehrtheit. Oder ich kann auch Nähe zum Kind definieren, indem ich sage, ich weiß, wir wissen sehr wenig über die Prozesse des Lehrens und Lernens, aber es gibt Erkenntnisse der kognitiven Wissenschaften, der Lernpsychologie, die mache ich mir zu eigen, damit Kinder besser lernen. Das ist auch eine Nähe für mich. Aber was ist die andere pädagogische, reformpädagogische Nähe? Das ist mir heute noch nicht klar geworden. Warum wir blind waren? Teilweise war wirklich diese Fantasien, dass wir wahnsinnig gut seien, dass Odenwaldschule quasi eine Reparatur statt sei für die kaputten Kinder, die die grausame Staatsschule, also für die grausame Staatsschule machen die Kinder kaputt und wir können sie wieder gesund machen. Dabei hat man ja nicht natürlich von vielen, vielen, vielen Kindern gesprochen, die zugrunde gegangen sind gleichzeitig. Natürlich gab es Fälle, wo Kinder sich erholt haben, aber das war nicht eine Leistung, eines Konzepts, sondern allein zufällig, weil Odenwaldschule in einer sehr schönen Umgebung liegt, verschiedene Werkstätten hat und wenn man zufällig an einen guten Lehrer geraten war, das sind aber alle Zufälle, aber das ist kein Konzept, dann hatte man Glück gehabt. Und das sind die... Vielleicht kommen wir nachher ganz sicher noch auf die Reformpädagogik und die Ideen, die dahinter standen, aber nochmal nachgefragt, jetzt so in der Rückschau, wie erklären Sie sich das, was ja auch Herr Füller einfach sich nicht erklären kann, dass über so viele Jahre es keiner richtig gemerkt hat, scheinbar und dann auch, wie die es ein bisschen vielleicht gemerkt haben, nicht eingeschritten sind. Weil Sie sagen ja auch, obwohl Sie ja dem Ganzen, wie man jetzt sieht, aber auch damals stimmt es ja, recht kritisch gegenüberstanden, haben auch Sie es scheinbar nicht gemerkt. Wie ist so etwas möglich? Nein, also ich habe das nicht gemerkt. Ich habe ja auch, was ich jetzt sage, sage ich eigentlich vor dem Hintergrund der Aufklärung 1998, dass diese zwei Schüler das aufgeklärt haben, da wusste ich sofort, auf welcher Seite ich stehen muss und dass es für mich keinen Kompromiss gibt. Und seitdem denke ich ja darüber nach, was war eigentlich mit mir selber los, was war mit anderen los. Und ich bin überzeugt und ich kenne Kollegen, die das gewusst haben, aber sie haben mir das nicht erzählt, weil sie selber sexuelle Beziehungen zu Mädchen oder anderen Jungs hatten, vermutlich. Sie haben von diesem System libertinarisch im höchsten Grade auch profitiert. Ich habe auch sehr früh, glaube ich, drei Jahre nachdem ich da war, wollte ich eine Debatte haben über Sexualität an der Odenwaldschule. Und da heißt es, wir sind eine Reformschule, wir diskutieren nicht über Sexualität. Und da habe ich darauf bestanden, dass wir doch darauf diskutieren. Am nächsten Tag wurde Herr Cohen-Bendit da eingeladen. Und ich stand da mit seinem Harem, kam er da an und stand da für das Publikum, auch Schüler und Lehrer, und hat gesagt, wir Lehrer sollten von der Sexualität die Jugendlichen unsere Hände möglichst weglassen. Also unter großem Jubel aller Kinder und aller anderen Lehrern. Und wir saßen da doof und sagten, was haben wir jetzt nun für einen Antrag gestellt. Und wir haben immer wieder das angeregt, aber die Mehrheiten waren auf Herrn Becker Seite und später auch Seite von Herrn Harder. Und wir haben eigentlich die wesentlichen Dinge nie, nie auf dieser Schule diskutieren können. Nun fragen Sie mich, warum bin ich da geblieben? Das war die andere Seite. Ich hatte in meinem Bereich, mir ist ja sehr oft nahegelegt worden, dann gehen Sie doch weg. Und ich bin ein ziemlich sturer Mensch. Ich habe gesagt, ich habe ja nichts gemacht. Warum soll ich weggehen? Warum nicht Herr Becker? Und warum nicht Herr Harder? Ja, und ich habe eigentlich sehr positive Erlebnisse gehabt. Ich hatte eine Art Heimat gefunden. Ich bin ein bisschen ängstlicher Mensch und das war eine überschaubare Umgebung für mich. Ich habe mich darin wohl gefühlt. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Die Aussicht, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, war von vornherein etwas Positives für mich. Und dann eben zu entdecken, dass das Unterrichten ein ungeheuer schwieriger Geschäft ist, aber auch eine Art Abenteuer ist, wo man selber sehr viel lernen kann, eigentlich über die Kinder. Das waren alles fantastische Sachen für mich. und auch die Erkenntnis, dass eigentlich meine Promotionsurkunde überhaupt nicht taugte. Ich hätte gleich diese in den Mülleimer werfen können. Das ist auch eine Erkenntnis, das einen natürlich nicht ganz so kalt lässt. All das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe eigentlich mich sehr konzentriert auf den Unterricht, die ersten paar Jahre. Und jetzt nach und nach habe ich dann versucht, auch das andere Geschehen zu kritisieren, immer mehr zu kritisieren, aber wie gesagt, ohne Erfolg. Und ich habe persönlich da in der Tat von keinem Kind gehört, dass hier sexuell missbraucht wird, obwohl ich sechs Jahre einen Schüler in meiner Familie hatte, der sexuell missbraucht wurde. Vielleicht kurz zur Struktur der Schule. Wollen Sie das ganz kurz erklären, Herr Füller, wenn er von Familien redet, es ist ja ein Internat, es ist eine Schule sozusagen, wo Kinder hingegangen sind, von ihren Eltern hingeschickt wurden. Einige Kinder waren auch schwer erziehbare Kinder, die also auf der Staatsschule sozusagen nicht mehr normalen Unterricht bekommen konnten. Was hat das mit den Familien auf sich sozusagen? Also nur nachrichtlich, die Odenwaldschule ist ein Internat, also eine Reformschule und ein Internat. Und normalerweise werden im Internat ja sozusagen alle Kinder zusammengefasst in einem eigenen Haus. Und dort gibt es dann irgendwelche Erzieher, die auf die aufpassen, ab Nachmittag, ab nachts. Und bei der Odenwaldschule ist es traditionell anders. Dort gibt es die sogenannte Internatsfamilie. Die Odenwaldschule ist auch so gebaut, dass die einzelnen Häuser, also Familien, Ersatzfamilien beherbergen, wo jeweils zwei Lehrer oder ein Lehrer-Ehepaar oder auch ein Lehrer und eben seine Frau sechs bis zwölf oder zehn Kinder betreuen. Und das ist die Grundidee, auf die können wir vielleicht später kommen. Die kommt nämlich von woanders her, von der Kameradschaft aus der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, wo die Päderastie quasi sozusagen angelegt ist. Das ist die Idee. Die Odenwaldschule hat es quasi bewusstlos übernommen. Das Interessante ist, dass sozusagen in den 70ern ja immer, es hieß, das Private ist politisch und die Odenwaldschule hat es auch ein Stück weit umgekehrt. Also niemand konnte in die Familie des anderen hineingucken. Ich habe zum Beispiel mal gefragt, wie kann es sein, dass Wolfgang Held, ein blühender Päderast da 20 Jahre lang mit quasi immer zugezogenen Vorhängen Kinder hat und immer nur Jungs zwischen zwölf und vierzehn, die sich auch, wie alle sagen, aus dem Schulleben zurückgezogen haben und die sich ganz merkwürdig verhalten. Ich habe gesagt, wie kann es sein, geht da niemand mal hin und guckt. Und so haben wir gesagt, nee, was in der anderen Familie ist, das war sozusagen ein Tabu. Also die Familien waren sehr autonom und man konnte da nicht hermetisch, sagen Sie, Herr Ansari. Frau Kegler, Ihre Schule beruft sich durchaus auf die Reformpädagogik. Die Odenwaldschule gilt oder galt, muss man jetzt wohl sagen, als Vorzeigeeinrichtung der Reformpädagogik. Sie kannten und kennen viele, die irgendwie im Umkreis auch dieser Schule mal gewirkt haben, sie mal besucht haben, als Sie das das erste Mal gehört haben. Was haben Sie da gedacht und wie hat sich diese Haltung zu dieser Schule und zu den Geschehnissen über die letzten zwölf Monate, frage ich mal, verändert? Ja, ich muss an der Stelle gleich mal ein Geständnis ablegen. Ich habe das erste Mal davon gehört, dass an der Odenwaldschule diese Dinge passieren von Herrn Ansari. Und zwar hat er uns angeschrieben, als ich bin im Archiv der Zukunft, im Vorstand, also Reinhard Kahl und mich und hat angedeutet, dass... So ein Zusammenschluss von reformpädagogischen Ideen, die versuchen... Nein, nein, nicht von Schulen, sondern von, also würde sagen, von innovativen Kräften in diesem Land und hat angedeutet, dass es eher aus dem Archiv der Zukunft austreten wird, wenn Hartmut von Hentich weiterhin dort eine zentrale Rolle spielen wird. Wann war das? Das weiß ich nicht mehr genau, aber es war lange bevor die Vorgänge... Also vielleicht ein halbes Jahr vorher, so ungefähr. Ja, bevor das öffentlich wurde in 2010. Und ich gebe zu, ich habe diese Mail lange liegen lassen. Also lange, vielleicht acht Wochen, zehn Wochen, Herr Ansari, ich weiß es nicht. Und habe mich natürlich besprochen darüber. Und ich glaube, das ist etwas, was auch hier als Frage... Das war ja auch die Frage, die hier gestellt wurde. Wie kann es sein, dass Lehrer weggucken? Wie kann das sein, dass man das nicht wahrhaben will? Und für mich kann ich sagen, dass ich das, was Hartmut von Hentich vielfach überall geschrieben und geredet hat, immer sehr faszinierend fand. Dass ich seine Person mochte ich nie besonders, weil ich fand, das war unberechenbar. Und man konnte freundlichst behandelt werden und im nächsten Moment sehr unfreundlich. Aber was er gesagt hatte und vor allen Dingen, was er jetzt in seinem letzten, sehr bekannten Buch, auch die Bewährung gesagt hat über die Jugendschule, das, was wir an unserer Schule auch ziemlich konsequent umsetzen, sie waren ja selber schon mal da, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das hat mich auch, also in diesem, es hat mein Bild schon sehr gestört, dass da plötzlich so etwas kommen sollte. Noch zur Kenntnis, also Hentich war, die meisten kenne ich, aber wenn ihr jetzt nicht kennt, einer der sozusagen, oder der wahrscheinlich Vordenker der Reformpädagogik in Deutschland, der bekannteste und gleichzeitig der Lebenspartner des Schulleiters Geroldbecker. der Odenwaldschule. Also das erklärt vielleicht ein bisschen auch, warum es so sein konnte. Das ist so lange an der Odenwaldschule, also über zehn Jahre, weiß ich nicht, aber es stört einen. Man will bestimmte Dinge nicht gestört wissen. Und das, glaube ich, geht jedem Menschen so, der Ideale hat. Und dieses, was der Hentich bedeutet hat, also Becker, wie gesagt, war für mich unbedeutend. in der pädagogischen Genesis oder den Gedanken, die man hat. Aber was der Hentich gesagt hat, war schon sehr bedeutend. Und ich hatte immer, das Flaggschiff war für mich nie die Odenwaldschule, sondern die Laborschule. Also es war auch die erste Schule, die ich besucht habe. Und ich war übrigens nie an der Odenwaldschule. Mich hat die auch nie interessiert. Und ich kann hier so sagen, man hat sie mir dreimal angeboten, zur Leitung. Und ich habe sofort gesagt, dreimal sofort gesagt, ich möchte diese Schule nicht leiten, weil ich will nicht in der Schule leben. Und da sehe ich auch einen Hauptpunkt. Ich habe das von, sofort habe ich gesagt, ich möchte nicht abends noch mit den gleichen Kindern am Tisch sitzen. Und den gleichen Lehrern. Und den gleichen Lehrern. Und ich möchte das dann, also in meinem Leben braucht es diese Trennung. Und das sind so zwei Sachen, die mich sehr beschäftigt haben in den letzten zwölf Monaten. Dann hat man das alles gelesen. Also ein Artikel in der FAZ, das war der, wo dieser bunte Wohnwagen war, das hat mich also völlig aus den Socken gehauen, weil da ein Kind sagt, und das hat hier eben auch einer in dem Film, ein ehemaliges Kind, also ein Schüler sagt, dass man nicht da ist in dem Moment. Das wird da ganz toll beschrieben. Das ist so ein kleiner Absatz. Man ist nicht mehr da in dem Moment. Und das fand ich so unglaublich gut beschrieben, wie ich es nie irgendwo gelesen habe. Das heißt, es löscht eigentlich in dem Augenblick mein Leben aus. Die Persönlichkeit, das Leben aus. Das hat ja jetzt auch nochmal gesagt einer. Und das war für mich so der tiefgreifendste Moment in der ganzen Debatte. Ja, und dann habe ich jetzt die letzten, also das wurde ja dann immer weiter diskutiert. Es ist auch so gewesen, dass der groß geplante Kongress des Archivs der Zukunft in 2010, der fand nicht statt und es war ein Hauptgrund und das haben wir auch öffentlich gemacht, dass wir diese ganzen Vorgänge auch verarbeiten mussten. Dass wir nicht mehr in der gleichen Weise mit den gleichen Flaggschiffen als Personen vorwärts gehen konnten. Händlich sollte auf dem Kongress auch auftreten und belobigt und geehrt werden. Ja, der hatte da den 85. Geburtstag. Das war so geplant. Und das war ein Grund, weshalb wir diesen Kongress nicht gemacht haben. Also es hat mich schon sehr berührt, sehr bewegt, sehr persönlich auch, wie gesagt. Also mit so einer Frage, wollen Sie diese Schule nicht leiten? Und jetzt zum Schluss habe ich dieses Buch gelesen in den letzten anderthalb Wochen. Und also ich hatte jetzt wirklich die Nase voll, muss ich sagen, am Ende. Also ich wollte jetzt nicht mehr. Ich habe das immer noch abends gelesen und ich finde, es ist sehr, sehr gründlich recherchiert. Ich habe mich auch gefragt, wie man das in einem Jahr so genau machen kann. Aber es ist wirklich keine Zu-Bett-Geh-Lektüre. Also so ist es für mich jetzt. Und ich glaube, dass wir sehr viel daraus lernen können jetzt, wenn wir sehr ehrlich damit umgehen. und da kommen wir nachher hoffentlich in der Diskussion noch drauf, dann können wir weg von dieser Verknüpfung, die Schule neu denken, die neue Schule gestalten und hat das was mit Missbrauch zu tun? Da sage ich natürlich ganz klar, nein. Da kommen wir vielleicht nachher, oder kommen wir ganz sicher noch drauf, eine Nachfrage. Trotzdem, haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, das Ganze, was jetzt über die Odenwaldschule, über die Reformpädagogik und so weiter geschrieben wird, über Händisch geschrieben wird, auch über ihr Schuhe, mit denen Sie befreundet sind, sozusagen. Das ist letztlich auch ein Angriff auf die Reformpädagogik. Das wird instrumentalisiert, um uns sozusagen politisch zu schaden, kaputt zu machen? Ja, das habe ich ein paar Mal gedacht, bei Frau Schmoll in der FAZ und so weiter. Und dann gab es gleich diesen, von Jürgen Kaube gab es gleich so einen Artikel, wo gesagt wurde, so, das ist jetzt klar, Reformpädagogik geht nicht. Aber das fand ich sehr schwach argumentiert. Und da habe ich mich persönlich und unsere Schule nicht angegriffen gefühlt. Ich weiß, dass das nicht zusammengehört, automatisch. Und darüber würde ich auch noch was sagen wollen. Ganz kurz, ja. Darf ich was dazu ergänzen? Ich glaube, Sie haben recht. Die Ideologie spielt eine ganz große Rolle. Sie spielt heute noch eine ganz große Rolle. Die Pädagogik an der Odenwaldschule war im höchsten Maße eine ideologische Sehweise. Und das sehen Sie, erkennen Sie auch daran, dass ich an bekannten Persönlichkeiten aus der Kultur, Politik, Medien 32 Briefe geschrieben habe, ungefähr mit dem gleichen Inhalt wie an ADZ. Und es gab überhaupt Wenn-Reaktion, dann nur aggressiver Drohung mit dem Rechtsanwalt. Und das sind alles hochkrätige Politiker und anerkannter Persönlichkeiten. Und Sie sahen es in der Kritik an Reformpädagogik gleichsam, ein Angriff gegen die linke Politik, gegen die Politik, die aufklärerisch ist, was eigentlich natürlich ein großer Unsinn ist. Sie müssen, Sie wissen ja, bis zum heutigen Tag können die großen Arztin-Wissenschaftler wenig zu diesen Fällen sagen. Sie schweigen. Und hinzu kommt noch, dass auch die Odenwaldschule bis zum heutigen Tag es nicht geschafft hat, die Betroffenen einzuladen, mit ihnen einen Dialog zu beginnen. Und da frage ich mich, was ist das, die Nähe zum Kinder? Das wäre ein Beweis gewesen. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Erstmal Frau Bergmann, Ihre Position, glaube ich, gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja, genau. Sie haben in der Zeit, so hatte ich zumindest gelesen, bis oder über 10.000 Anrufe bekommen, Briefe bekommen von Betroffenen. Natürlich nicht nur aus Schulen, erst recht nicht nur an der Odenwaldschule natürlich, sondern es gibt ein ganz großes Spektrum des Missbrauchs. Aber trotzdem, das, was wir hier besprochen haben, das, was wir kurz im Film gesehen haben, die Opfer, die Täter, aber auch das Umfeld, ist das irgendwie typisch? Zeigen sich da Muster sozusagen des Missbrauchs, die Sie auch in anderen Fällen sehen? Ja, ich will mal ein paar Sätze sagen, was sozusagen typisch ist, das Muster, was über alles geht und was mir aber bei der Odenwaldschule dann nochmal in besonderer Weise aufgefallen ist. Also zum einen, wir haben ungefähr 10.000 Anrufe bisher gehabt an der Anlaufstelle, 2.000 Briefe, die ich auch alle gelesen habe, viele Gespräche mit Betroffenen und mit Betroffenen-Initiativen und da gibt es schon Muster, die Sie wiederfinden. Davon sind etwa zwei Drittel familiäre Fälle. Und das spielt dann bei der Odenwaldschule, wo man Institution und Familie jetzt eigentlich nochmal zusammen hat, glaube ich, nochmal so eine verstärkende Rolle auch in dem Erleben der Betroffenen. Und da kann man schon Muster sehen, also dass für die Kinder das schweigen müssen, nicht reden dürfen oder nicht reden können, aus Scham, aus Angst, auch aus, ja, Erpressung, ja, aus Angst auch davor, weil man mitschuldig gemacht wird, weil man das eine zugelassen hat. Sie beschreiben das ja auch alles in dem Buch mit. Das sind Mechanismen, die finden Sie in den Familien, aber die finden Sie auch in den Einrichtungen. Und die Reaktion, also das zum Teil eben gar nicht reden können, in dem Moment, wenn geredet wird, dann auf Nicht-Glauben stoßen, ja, in den Familien ist das so und es ist auch in den Einrichtungen so, dass zunächst mal nicht geglaubt wird, abgewehrt wird, dass, wenn es glaubhaft ist, vertuscht wird, dass das Image der Institution immer vor dem Wohlergehen oder vor dem Wohl der Betroffenen kommt, das bringt einen fast um, wenn man das also tausende Male liest oder hunderte Male oder wie auch immer, reichen eigentlich manchmal schon drei, vier, fünf Mal, weil man das dann schon wieder erkennen kann. Also das sind so gemeinsame Dinge, auch so die Geschlossenheit einer Institution, aber auch die Geschlossenheit einer Familie, die ist ja auch nicht zu unterschätzen, aus der ich ja auch nicht raus kann. Ich kann manchmal aus einem Sportverein oder einer Institution noch eher raus, aus einer familiären Situation, da bin ich abhängig und diese Abhängigkeits- und Machtverhältnisse spielen natürlich eine ganz gewaltige Rolle, auch bei dem Schweigen, bei dem Verschweigen, bei dem Vertuschen. Und wenn es dann, wenn Fälle wirklich rauskommen, wenn was klar wird, ist was passiert, dann kann man auch wieder so Gemeinsamkeiten feststellen, also ja, eigentlich wollen man muss nicht so genau wissen, wird nach wie vor verschwiegen, wird vertuscht. Die Aufarbeitung, muss man ja auch immer wissen, ist eigentlich immer von den Betroffenen ausgegangen. Das war so bei der Odenwaldschule, das war so bei dem Canisius-Kolleg, Pater Mertens hat dann sehr schnell reagiert, hat die Lawine ins Rollen gebracht, aber es waren zunächst Betroffene, die gesprochen haben. Wir haben ja mit vielen, also die es gibt, so viele gibt es noch gar nicht, Betroffenen-Initiativen-Kontakt und auch immer sind es diejenigen dann, die eben nach Jahren, Jahrzehnten sich zusammentun, darüber sprechen, an die Öffentlichkeit gehen, was ein unwahrscheinlicher Kampf ist, auch ein innerer Kampf ist und dann die Lawine ins Rollen bringen. Die Besonderheit, die mir eigentlich bei der Odenwaldschule aufgefallen ist, ist, dass, wenn man sich die katholische Kirche anguckt und zwar klar, also bei diesem oder jenem ist das alles nicht in Ordnung, dann sind die meistens irgendwo versetzt worden. Also ist der Täter dann irgendwo anders hingeschickt worden, auch nicht gerade eine ideale Lösung, weil diejenigen dann gar nicht wussten, wen sie da kriegen und unter Umständen der Missbrauch mit anderen Kindern weiter ging. Nur bei der Odenwaldschule, auch als ich das Buch jetzt nochmal gelesen habe, sage ich mir, sind eigentlich immer die anderen gegangen, sind immer die Lehrer gegangen, die eigentlich was verändern wollten, unabhängig davon, wie viel sie im Einzelnen wollten. Und es sieht man, also bei anderen, es gibt es auch gelegentlich bei Institutionen, also wir haben auch Berichte von Sportvereinen, wo dann nicht etwa der Täter verschwand, verschwinden musste, sondern wo dann die Kinder eben aus dem Verein rausgeschmissen wurden und die Mutter dann nach Hausverbot gekriegt hat und es wenig Unterstützung gab. Also das hat es woanders auch gegeben, aber hier ist es eigentlich nochmal so massiv, also die Massivität, die hier in der Odenwaldschule rauskommt und diese Mischung eben von Institution und Familie, also dass man in der Institution ist, die schon geschlossen ist und ich war einmal in der Odenwaldschule, dazu kommt also auch das Ambiente dazu, dass sie eigentlich sehr schön ist, aber eben auch abgeschlossen. Habe ich recht? Ja, am Ende eines wunderschönen Tales, wo man aber auch nicht so ohne weiteres wegkommt und wo man auch immer unter sich ist und dazu doch diese Familienstruktur, die, wenn ich es richtig verstanden habe, bei meinen Nachfragen auch nicht so wahnsinnig hinterfragt wird, also wo das nochmal doppelt ist, bis heute nicht hinterfragt wird. Das ist etwas, was mich eigentlich nochmal, ja, was ich nochmal besonders hart fand und wenn man bei diesem wirklich gut recherchierten Buch von Herrn Füller dann nochmal hingewiesen wird auf diese lange Zeit und auf diese vielen Fälle, die da passiert sind und auf die Hinweise, die es gegeben hat und darauf, dass da nicht in gar keiner Weise darauf reagiert wurde, steht man auch so irgendwo so ein Stück fassungslos da. Aber ich will zum Schluss sagen, blick nochmal in eine andere Richtung. Wir haben im Zuge der Aufarbeitung auch Erhebung gemacht an Schulen, Internaten und Heim, um mal zu sehen, was wissen die denn eigentlich? Was weiß denn so ein Schulleiter über Fälle, die in den letzten drei Jahren oder auch davor vorgekommen sind? An seiner Schule oder woanders? An seiner, an seiner. Also wir haben, ja, netto Stichprobe so 1000 Schulen. Wir werden das alles noch in einem ordentlichen Bericht dann im Mai vorlegen. Ich sage es Ihnen schon mal vorneweg. Sie vergessen es dann wieder, weil Sie das dann erst in dem Bericht richtig kriegen. Da haben wir geguckt, was wissen die über Missbrauch an der Schule selbst, also durch das Kollegium oder wer da halt an der Schule tätig ist. Was wissen sie über Missbrauch oder haben erfahren über Verdachtsfälle bei Unterschülern und über Verdachtsfälle im außerschulischen Bereich? Die Kinder, ja, wo landen die Kinder aus den Familien? Wo können die vielleicht Hilfe kriegen, wenn man in diesem, aus diesem geschlossenen System Familie kommt und da nicht sprechen darf? Und am wenigsten wurde genannt, sind bekannt die Fälle, die an, für die die Schule selber verantwortlich ist. Das wird dann schon mehr, wenn es um Missbrauch oder Übergriffe unter Kindern geht und noch mehr, wenn es über außerschulischen Missbrauch geht, was ich ja erst mal gut finde, dass man da offensichtlich ein Auge hat. Aber wenn man dann guckt, woher kommen diese Hinweise, kommt die am meisten von den Kindern? Also nicht, dass die Lehrer sagen, hier ist was, sondern die Kinder kommen und sagen und suchen Hilfe bei irgendeinem, muss nicht der benannte Vertrauenslehrer sein, sondern bei irgendeinem Lehrer des Vertrauens. Also auch interessante Ergebnisse, glaube ich, die auch nochmal einen Blick darauf werfen, wie geht man denn eigentlich um damit, was ist bekannt und was muss sich eben natürlich auch in Zukunft ändern. Und ein allerletztes noch, weil das ja in dem Zusammenhang auch immer kommt, wie waren die Zeiten und was war eben zu bestimmten Zeiten. So meine große Bitte ist, das habe ich gelernt bei den vielen Gesprächen, wenn man den Betroffenen nicht nochmal Unrecht tun will, dann muss man sich wirklich, aber wirklich ganz klar dafür entschuldigen und darf nicht sich rechtfertigen damit. Also nicht, ja, das war nicht in Ordnung, aber, aber damals waren die Zeiten eben so. Das ist sowas von furchtbar. Ich sage es mal hier, weil ich so oft gehört habe. Vielen Dank. Herr Füller, nun beschreiben Sie an Ihrem Buch nicht nur, was da passiert, Sie beschreiben nicht nur die Hintergründe, sondern Sie ziehen ja schon eine gewisse Linie von der Reformpädagogik, von den Inhalten, den Idealen der Reformpädagogik zu dem, was an der Odenwaldschule passiert ist. Und da haben wir eben von Frau Kegler gehört, dass Sie da keinen Zusammenhang sieht eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Sie sehen diesen Zusammenhang. Wie stellt sich der in Ihrer Sicht dar? Also ich finde, der ist so offensichtlich, dass ich mich immer wundere, also es sind ja alles Freunde von mir, meine Freunde, die Reformpädagogik. Ich habe ja sozusagen bisher nur Bücher geschrieben. Ich bin ja groß geworden in der Community. Ich habe mit Ulrike Kegler, die ich jetzt spaßeshalber für Sie sieze, große Interviews gemacht und sozusagen ich habe wahnsinnig viel gelernt von diesen Schulen. Wenn ich mir aber dann angucke, dass die Internatsfamilie zum Beispiel von Gerold Becker nicht etwa missbraucht wurde, um Kinder zu missbrauchen, sondern dass Gerold Becker einfach die Idee der Internatsfamilie, nämlich der Kameradschaft aus der Freien Schulgemeinde Wickersdorf einfach wieder sozusagen verwirklicht hat. Dort hat nämlich ein gewisser Gustav Winnecken, der heute noch auf Kongressen von Reformpädagogen gefeiert wird, als ein Erfinder der Schuldemokratie, der hat dort gesagt, wir ersetzen diese blöde bürgerliche Familie Mann-Frau durch eine Kameradschaft, deren Ziel und Ideales ist, dass ein Mann einen Schüler in die höheren Weihen der geistigen, ja, von geistigen Erlebnissen und der Sexualität einweiht. Und Gustav Winnecken ist also ein fanatischer Päderast, mehrfach verurteilt. Das thüringische Schulministerium musste diesem Mann sozusagen so wie es in England gemacht wird, eine Art Bannmeile um die Schule ziehen, dass der da endlich nicht mehr wohnt, mit Kindern zusammen wohnt. Und dieser Gustav Winnecken ist noch im Dezember, als ich auf dem Kongress von Reformpädagogen, da wurde der sozusagen in einem halbstündigen Referat in den höchsten Tönen gelobt. Also sozusagen als ein Satz hieß, Gustav Winnecken würde sich sozusagen im Grabe herumdrehen, wenn er die bürokratische Konferenzverfassung der Oso sehen würde, weil die so undemokratisch ist. Und wenn man einen solchen Mann, der ganz klar sagt, Sexualität mit einer Frau ist sozusagen ein niederer Fortpflanzungsvorgang und die Sexualität mit einem Jüngling ist ein höheres. Und der macht das zusammen mit Paul Geheb, dem Gründer der Odenwaldschule, und sagt, die Kameradschaft ist der Ort dieser Päderastie. Und der Geheb streitet mit dem Winnecken und geht dann in den Odenwald und gründet eine neue Schule und tauft die Kameradschaft in Internatsfamilie um. Und die ganzen Lehrer an der Oso sagen mir noch heute im Jahr 2011, also die Familie ist doch auch irgendwie cool. Und ich sage, nee, also könnt ihr mal ein bisschen lesen und so. Also absolute Blindheit dafür. Und dieser Gustav Winnecken wird ja jetzt sozusagen ausgeschlossen. Gustav Winnecken ist plötzlich auf den Kongressen, das ist kein Reformpädagoge. Gerold Becker ist übrigens auch kein Reformpädagoge mehr. Der ist auch aus der Kirche ausgeschlossen. Das ist mir zu einfach, sage ich mal. Gestern noch war Gerold Becker der Mann, sozusagen, niemand konnte, hat mir jemand gesagt, eine ganz wichtige Schulleiterin aus der Bundesrepublik, niemand konnte die Reformpädagogik so gut erklären wie Gerold Becker. Da gibt es also diese Nähe in eine Zeit von Jugendbewegung und Reformpädagogik, die ja sozusagen sehr parallel läuft. Also eine historische Dinge. Und wenn man sich jetzt mal die Tatorte im Odenwald anschaut, also Ulrike, ich will deiner Schule überhaupt nicht zu nahe treten. Ich will nur sagen, wenn ich mir heute Reformschulen anschaue, die sich nicht auf Gustav Winnecken berufen, dann findet dort Besonderheit statt, nämlich, man sagt, die Nähe zum Kind, erstens. Zweitens, ganz wichtig, immer der Ausflug. Ja, sozusagen der Erlebnisausflug als Abenteuer. Im Odenwald ist der Tatort die Familie und der zweite Tatort ist der Ausflug. Der Ausflug nach Griechenland, nach Frankreich oder auf die Burg Waldeck, wo die Kinder missbraucht wurden. Ich sage nicht, der einfache Rückschluss, die Pädagogik, die Reformpädagogik führt sozusagen monokausal dahin. Aber wenn ich mir angucke, wie begeistert ich von den Ausflügen an diesen Schulen, den Reformpädagogischen bin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wie unprofessionell dort Betreuungspersonal ausgewählt wird. Ich meine jetzt nicht deine Schule an dieser Stelle. Sozusagen ein Zufallsgenerator. Da fahren ein paar Kinder zusammen weg und machen also eine Bewährung und da wird irgendjemand außerschulisch dazu bestellt. Das ist ein Maß an Naivität. Das ist verrückt. Und wenn man die Lehrer fragt, was wisst ihr über Missbrauch? Und ich weiß nicht, ob Ulrike dazu was sagen kann. Die wissen praktisch nichts darüber. Die sagen immer zu mir, was Missbrauch ist, das wussten wir eigentlich gar nicht. Das kann ich nicht verstehen. Frau Kegler, es gibt ja nicht nur diese personellen Kontinuitäten, von denen jetzt Herr Füller gesprochen hat, sondern es gibt ja auch gewisse Topoi, es gibt gewisse Grundsätze, gewisse Inhalte der Reformpädagogik. Das eine hat er angesprochen, also diese Nähe zum Kind, die recht enge, auch emotionale Bindung zwischen Lehrer und Schüler. Ein Wort, was immer wieder jetzt gefallen ist, der pädagogische Eros auch sozusagen. Wenn man diese Begriffe jetzt hört und sieht, was im Film geschildert ist, was jetzt Herr Füller in seinem Buch geschildert hat, dann kommen einem die Sachen ja irgendwie alle ganz seltsam vor. Und man sagt, das geht doch eigentlich alles gar nicht. Und Sie sagen trotzdem, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Können Sie das erklären? Ich gebe zu, dass ich das Wort pädagogischer Eros nicht mehr benutze. Das ist vorbei. Das habe ich früher gemacht. Was haben Sie denn damit gemeint? Damit habe ich gemeint, ja, Flammen entzünden, etwas mit den Kindern machen im Bereich Wissen, Bildung, praktischen Tun, Erlebnisse schaffen, das für die Kinder bedeutet, es wird ihnen eine neue Welt eröffnet mit Gefühl und nicht technokratisch Wissen vermittelt. Ja, das habe ich damit gemeint. Das benutze ich nicht mehr, das Wort. Das gebe ich zu. Das ist also ad acta gelegt. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht in diesen, ja, ich finde, da machst du auch große Schlenker und dann weiß man nicht mehr genau, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ja, wenn also die Nähe zum Kind oder ich würde sogar eher sagen die Verantwortung. Das ist doch gerade das Dilemma in der staatlichen Schule, dass die Verantwortung nicht übernommen wird. Da wird einfach gesagt, du hast eine 5 in Mathe, tja, musst du wohl Nachhilfeunterricht nehmen. Ja. Und das ist etwas, was wir in der neuen Schule, sage ich jetzt mal, das, was wir ablehnen. Dass wir sagen, wir müssen herausfinden, was ist jetzt das Problem von diesem Kind? Wieso kann es nicht lernen oder wieso geht das nicht? Und wir müssen eine gute Lernumgebung schaffen. Wir müssen sehen, dass das Kind eine Persönlichkeit ist, die wir nicht teilen können in die Person, die in die Schule geht und die nur mit dem Kopf da reinkommt und dort Wissen in sich aufnimmt. Und dann gibt es noch die andere Persönlichkeit und auch den Körper des Kindes, der in der Schule nichts zu suchen hat. Ich meine, so wurden die Kinder jahrhundertelang in der Schule behandelt. Der Körper war quasi aus der Schule raus eliminiert. Sie wurden eingestuhlt. Dann wurden sie festgesetzt, 13 Jahre, konnten die Schule kaum verlassen. Das kann ja wohl nicht die Alternative sein. Ja, sondern die Alternative muss doch sein, dass wir in Beziehung treten zu dem Kind. Da lasse ich kein Wasser rankommen. Ohne Beziehung kein Lernen. Und wer das sagt, ist einfach auch nicht auf dem neuesten Stand. Also ich habe neulich das Buch von dem Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit, für eine Zeitung rezensiert. Das ist genau das, was da auch steht. Wir brauchen Persönlichkeit und Persönlichkeit kann nicht entstehen ohne Beziehung. Schule ist Beziehung. Und das ist das, was sträflich vernachlässigt wird in der Lehrerausbildung. Da wird so getan, als wenn man nicht in Beziehung treten müsste. Und sobald zwei Menschen zusammenkommen und sobald ein Lehrer mit Kindern oder Jugendlichen zusammenkommt, gibt es Beziehung und gibt es Macht. Und es gibt ein Machtgefälle. Und das ist etwas, finde ich, was gelernt werden muss, worüber geredet werden muss. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich meinen Lehrern seit 15 Jahren verbiete, die Kinder beim Kurse Namen zu nennen. Und wir verstehen das nicht. Ich sage, der heißt nicht Flori für dich, der heißt Florian. Warum heißt der Florian? Weil du bist der Lehrer und du bist nicht Mitglied der Peer Group. Die sagen natürlich Flori. Wunderbar. Sollen die machen. Aber du musst dich absetzen. Ich habe nie gezweifelt daran, dass man sich nicht duzen lässt in Deutschland. Das habe ich nie bezweifelt. Ich finde, dass sie ist in Deutschland eine wunderbare Kulturform. Ja, die ist hervorragend. Die gibt Nähe und Distanz. Ja, da gibt es bei unserer Schule überhaupt keinen Zweifel. Und ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass auch die Tatsache, wenn dieses Machtverhältnis, was offensichtlich besteht, wenn das nicht gelebt wird, wenn das überdeckt wird, dann passieren ungute Dinge. Dann passieren sofort, also zum Beispiel haben wir Lehrer, die sich mit Eltern duzen. Da führen wir Gespräche. Wir sagen, das ist nicht okay. Weil diese Eltern haben ihr Kind und du hast über dieses Kind eine Macht, weil du in dieser Position bist. Und ich finde, das ist der Punkt, dass die Führung nicht angenommen wird. Oft die Führungsrolle. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem mit dem Führungsbegriff. In der Schule sowieso. Also ich meine, man muss sich nur mal überlegen, was wir Schulleiter in Deutschland für Kompetenzen haben. Was wir führen dürfen wirklich und was wir eigentlich alles nicht führen dürfen. Dann kann man ja nur noch die Haare raufen. Also wir haben ein Riesenproblem mit der Führung von Gruppen, für die wir verantwortlich sind. Und wenn dieser Fakt, dass Erwachsene per se immer Macht über Kinder haben, das ist ja das große unauflösliche Dilemma, weil Kinder sind immer abhängig von uns und wir nicht von ihnen. Deswegen haben wir immer eine unendliche Macht über Kinder. Und Kinder orientieren sich immer an den Erwachsenen und sie kooperieren immer mit den Erwachsenen. Also wenn wir diese Machtrolle nicht bewusst in den Fokus rücken, dann kann alles Mögliche passieren. Und da habe ich sehr viele unschöne Sachen erlebt. Bitte? Wir werden das nachher noch, also werden Sie die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen oder Argumente auszutauschen. Haben Sie das jetzt, Herr Ansari, Sie sagten, Sie wissen nicht, was diese Nähe zum Kind ist. Nun hat Frau Kegler gerade versucht zu erklären, was diese Nähe zum Kind bedeutet und warum sie unbedingt notwendig ist. Haben Sie das jetzt verstanden oder immer noch nicht? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe aus einem Grund nicht verstanden, weil Begriffe wie Beziehung zum Lehrer mir immer noch diffus sind. Was heißt das? Ist die Beziehung wahrnehmen? War die Wahrnehmung des Kindes das anerkennen, welche Schwierigkeiten das Kind hat, welche Begabung das Kind hat und es darin fördern? Oder was ist das Beziehung? Mich stört ja auch diese Diffusität der Begriffe in der Reformpädagogik sehr. Sie unterscheiden sich ja auch sehr stark. Die Reformpädagogische Bewegung hat ja Landerziehungsheimer hervorgebracht. Das war der Beginn der großen Reformpädagogik. Und wenn Sie sehen, diese einzelnen Charaktere wie Hermann Lietz oder Geheb oder Winneken, die sind total unterschiedlich irgendwo. Jeder definiert seine Reformpädagogik auch damals so, wie er es will. Es ist nicht legitimiert durch wirklich Überlegungen, was bedeutet Erziehung in einem bestimmten Zeitalter. Was ist angemessen für das Kind? Und zwar ganz nüchtern, ohne dieses ganze Beziehungsgeflecht oder diese großen Worte wie Nähe zum Kind. Ich möchte gerne wissen, was heißt das? Ich kann doch nicht zu jedem Kind eine Beziehung aufbauen, aber ich kann jedem Kind das Gefühl vermitteln, ich bin präsent für das Kind. Das reicht mir eigentlich. Mehr kann ich auch gar nicht leisten. Frau Kegler, dazu vielleicht, da steckt ja letztlich auch der Vorwurf hinter, dass die Reformpädagogik, ich glaube darauf bezog es also ein bisschen der Einwurf, sozusagen dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis einfach überhöht. Und eigentlich Lehrer auch eine Verantwortung gibt, eine Rolle zu gibt, die eigentlich man selbst gar nicht so ausfüllen kann. Sie haben zwar jetzt erzählt, wie Sie mit Regeln, gewissen Regeln sozusagen versuchen, da doch eine Linie zu ziehen, aber sobald diese Beziehung aufgebaut wird und sobald man ja auch die Schule verlässt, was Sie ja auch machen, Sie sagen ja, das ist ganz wichtig, nicht nur in der Schule zu bleiben, sondern auch die Schule zu verlassen und dann, ob es nun auf Reisen ist, ob es jetzt bei Erlebnissen gemeinsam ist, Sie gehen da auf ein Gelände und bauen da sozusagen, da sind die Lehrer und Schüler ja noch viel enger zusammen. Sind da nicht sozusagen die Quellen und die Gelegenheiten des Missbrauchs eigentlich angelegt und ist es eigentlich fast unmöglich, da Linien zu ziehen? Also die Gelegenheiten sind sicherlich größer, als wenn man die Kinder so vor sich setzt, in Reihe und Glied und man selber sitzt hier und steht hier und doziert. Das ist klar. Wenn sobald Bewegung entsteht, entstehen auch ganz andere räumliche Korrelationen und sobald man rausgeht und nicht nur in der Schule ist, entstehen neue Verhältnisse unter den Menschen. Das ist mit Sicherheit so. Deswegen, glaube ich, kann man dem nur vorbeugen durch eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit all diesen Fragen. Das kann nicht so sein, dass darüber nicht geredet wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir auch ansetzen müssen, dass sowohl in der Lehrerausbildung als auch dauerhaft als Begleitung in der Schule über die Frage diskutiert werden muss, was ist Beziehung. Und ich habe einen sehr konkreten, konkreten Vorstellungen, könnte ich jetzt sehr viel darüber reden, was ich unter Beziehung verstehe. Ich finde, ich habe es auch schon sehr konkret gemacht. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich Schüler mit ihrem Kosenamen benenne oder mit ihrem vollständigen Namen. Das macht unglaublich viel aus für die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern. Das ist sozusagen von hell nach dunkel, weil dann eine Distanz eingebaut ist. Das ist ja sozusagen jetzt die Grenze. Aber ich glaube, Herr Ansari meinte eher, was unterscheidet jetzt die Beziehung, die Sie einfordern, von dem normalen Unterricht jetzt, von dem, was jeder Lehrer natürlich haben muss, eine gewisse Zugewandtheit zum Kind. Man versucht, das Kind zu verstehen, warum es lernt, warum es nicht lernt. Das macht ja eigentlich jeder Lehrer, sollte ja jeder Lehrer machen. Das ist ja klar. Wenn man jetzt schon die Reformpädagogik betrachtet, was ist denn Ihr Kern, Ihr Nukleus, ist doch die Individualisierung. Dass man nicht mehr sagt, das ist die große Gruppe, alle im Gleichschritt Marsch, sondern der Kern, der Kerngedanke ist, jeden Menschen so in seiner Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Aber dann frage ich mich, kann Sie das? Hat Sie Modelle entwickelt? Natürlich kann ich nicht 25 Kinder gleichermaßen wahrnehmen. Aber ich kann sagen, ich versuche mein Bestes, die Kinder in ihrer höchst individuellen Persönlichkeit wahrzunehmen. Frau Kredle, ich will nur noch eine Sache sagen, dieser Individualität. Ich bin auch dafür. Die Frage ist, was meint man damit wiederum? Es ist so, wenn Sie eine heterogene Gruppe haben, können Sie nicht jedem Kind einzeln gerecht werden, sondern Sie müssen Ihren Unterricht so variabel gestalten, so viele verschiedene Aspekte hineinbauen, dass jedes Kind mitkommt. Das verstehe ich unter Individualität. Aber niemals, dass ich jeden Einzelnen für jeden Einzelnen das genau mache, was das Kind will. Und so grundverschieden sind die Kinder untereinander nun auch nicht. Das ist auch eine Wahrheit. Also Sie haben auch Ähnlichkeiten untereinander. Also da muss man auch, und das war das, was die Reformpädagogen immer ganz hoch gehalten haben in Dualität. Sie wurde richtig gepflegt. Klaus Mann durfte, was für ihn wirklich Gift war, Klaus Mann durfte während der Gehebzeit einfach nicht zur Schule gehen. Er durfte irgendwelche Aufsätze schreiben oder über ein Buch nachdenken. Dabei hat er mehr oder weniger Drogen konsumiert. Es war wirklich für ihn, weil es gut gewesen ist, zu sagen, Junge, du hast das und das zu leisten jetzt. Und das hat man nicht gemacht. Ich will mal zwei Sachen sagen, die mich an dieser Stelle sozusagen hellhörig gemacht haben, weil ich bin ja sozusagen in diesen Schulen ein- und ausgegangen, weil ich es satt hatte, mir die blöden Staatsschulen anzuschauen. Was ich verstanden habe, ist in der Staatsschule jetzt überspitzt, ist der Lehrer, der sozusagen das Kind als Gefäß benutzt und dann wird es hineingießt. Wirklich sehr überspitzt. Und dazwischen gibt es eine klare Grenze. Es gibt keine echte emotionale Beziehung. So wie du sagst, wenn der eine Fünfer hat, hat er eine Fünfer, dann muss er halt sitzen bleiben. So, wer hier nicht mitkommt, der geht halt. So, wenn ich diese Grenze wegnehme, was ja Pädagogik vom Kinder aus und Nähe heißt, dann weiß ich heute, dass man da irgendwas dazwischen setzen muss. Professionalität, das Fach, eine zweite Person, Vier-Augen-Prinzip, jemand, der da ist. Und das ist mein Problem, dass ich das sozusagen aus den Schulen, die ich so verehre, so unprofessionell, die können mir das nicht sagen, was das im Einzelnen ist. Und ich will noch mal ein Erlebnis sagen. Ich war wenige Wochen, wenige Monate nach dem Ausbruch im Odenwald auf einer Konferenz von den Schulen, die ich so verehre, den Blick über den Zaun. Und wirklich, da sind so tolle Schulen dabei. Und da ist also eine Konferenz und da ist es jetzt schiefgegangen im Odenwald und zwar so richtig. Und die wollen jetzt eine Erklärung verabschieden gegen sexuelle Gewalt. Also sozusagen, sie wollen bedauern und erklären, was da so schlimm ist. Und da sitzen sozusagen alle meine besten Freunde. Und nun passiert Folgendes. Da meldet sich jemand bei der Verabschiedung der Resolution und sagt, können wir das Wort sexuell bei sexuelle Gewalt streichen? Bei einer Resolution gegen sexuelle Gewalt, gegen Missbrauch, soll das Wort sexuell gestrichen werden. Und da sitze ich vor meinen Fans und vor meinen Freunden, deren Fan ich bin und es meldet sich keiner, der sagt, hast du einen Knall? Dann kannst du die doch wegwerfen. Und wenn ich in den Diskussionen, ich war ja sozusagen immer eingeladen beim Blick über den Zaun, bei der Tagung, letztes Jahr war ich plötzlich nicht mehr eingeladen. Der Herr Vorsitzender hat gesagt, Herr Füller, Sie können hier nicht kommen. Wir können Sie nicht bevorzugen gegen andere Journalisten. Habe ich mich gewundert. Ich bin immer eingeladen gewesen. Plötzlich bin ich nicht mehr eingeladen. Und wenn ich abends mit den Leuten diskutiere, dann sagen die, also Christian, das geht nicht, was du machst. Du machst uns unsere tolle Idee kaputt. Man darf nicht darüber diskutieren. Und das ist mein Problem. Ich glaube, dass die Professionalität über Nähe zu philosophieren und sie auch zu operationalisieren und Regeln aufzustellen und zu sagen, was ist das eigentlich in den Reformschulen, in den evangelischen Reformschulen, in den reformpädagogischen Reformschulen, in den Waldorfschulen. Und es gibt ja so viele Ausprägungen davon. Diese Leute machen sich nicht auf und sagen nicht, wir nehmen mal zur Kenntnis, so wie Frau Bergmann das beschreibt, was ist eigentlich in unseren Institutionen passiert? Das machen die einfach nicht. Die machen einfach zu. Und das sind eigentlich die Profis für den Diskurs. Und da, das verstehe ich nicht, dass dieser Diskurs nicht geführt wird. Frau Bergmann. Ja, das ist nicht nur ein Problem der Reformpädagogik. Das ist das, womit ich mich hier auch permanent rumschlage. Wir sind ja keine Untersuchungskommission, die unabhängig beauftragt wird. Wir kriegen ja nur das, was bei uns ankommt, was wir dann an zusätzlichen Erhebungen noch machen. Und immer dann, wenn wir mal anfangen zu bohren, da stoßen wir genau auch auf diesen Widerstand. Also im Moment gibt es so eine kleine Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Sportbereich. Der Sport sagt immer, bei uns ja, also da passiert gar nichts. Das ist alles wunderbar. Und wenn, dann gibt es mal einen Einzelfall und dann haben wir ja schon was gemacht. So, und so kann es eigentlich nicht gehen. Nach der Debatte, die wir in den letzten Monaten haben, erwarte ich eigentlich von allen, dass sie sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Und da reicht auch nicht eine Leitlinie der Kultusministerkonferenz oder des Landessportbundes, sondern da möchte ich eigentlich wissen, was passiert denn in der einzelnen Schule und was passiert denn in dem einzelnen Verein, dort wo nämlich der Missbrauch passiert. Und vielleicht können Sie mich da ja unterstützen. Mein missionarischer Eifer geht immer dahin, dass ich sage, eigentlich ich habe das meiste Vertrauen zu denjenigen, bei denen jetzt auch das meiste benannt wird, weil ich dann weiß, die haben da wirklich geguckt. Die sind da wirklich rangegangen und die wollen auch was verändern und die wollen sich auch darum kümmern, dass alle besser mit dem Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch umgehen können. Wissen sie, wo sie Hilfe herkriegen und so weiter. Aber genau dort muss es ja jetzt anlanden. Also es reicht nicht. Wir haben jetzt schöne, wunderbare Leitlinien auf dem Tisch, Standards und so weiter. Das will ich gar nicht verteufeln. Das ist sehr gut. Aber jetzt muss nur der nächste Schritt kommen. Jetzt muss der nächste Schritt kommen, dass sich alle überlegen, was war denn eigentlich bei uns? Und wie sind wir denn damit umgegangen? Gehen wir jetzt anders damit um? Wenn bei dieser schon genannten Befragung 25 Prozent der Befrachten sagen, sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, was es so an Prävention gibt. Dann sage ich, dann ist das an der Schule oder dem Heim oder dem Internat auch noch nie ein Thema gewesen, sonst wüsste vielleicht der Schulleiter was darüber. Also das zeigt eben, wie groß eigentlich der Bedarf ist, das wirklich vor Ort zu verankern und wie sehr immer noch die Abwehr da ist und der Widerstand zuerst kommt immer. Bei uns war ja gar nicht. Haben Sie etwa viele Fälle? Und wenn ich dann sage, ja gut, wir sind aber nicht die Untersuchungskommission für den Sport gewesen, sondern wir wissen nur, dass was kommt. Da haben wir schon durchaus Fälle und das müssen Sie jetzt machen. In Ihrem Bereich gucken, was da gewesen ist und wie Sie anders damit umgehen können. Also da glaube ich, sage ich immer, sind wir nur einen ersten Schritt gegangen in den letzten Monaten. Da müssen aber noch viele weitere folgen. Frau Bergmann, Sie sagten mir vorher, dass Sie leider früher weg müssen. Also es ist jetzt keine Unhöflichkeit, dass Sie sich gleich sozusagen verabschieden. Aber ich will ganz kurz noch Ihre Expertise abfragen und zwar jetzt vielleicht bei den wenigen, Sie beschreiben ja, dass es die meisten sind, die so reagieren, wie sie reagieren. Aber es gibt ja auch einige, die haben anders reagiert. Die haben was vielleicht gemacht, haben auch vielleicht diese Grenzen eingezogen, von denen Herr Füller gesprochen hat. Wie haben denn solche Institutionen sich verändert oder was kann man von denen vielleicht lernen, wie sich Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen da verändern müssen? Haben Sie da Beispiele, wo man sagen kann, ja so kann es gehen? Ja, es gibt Beispiele. Es gibt gute Beispiele, gute Schulen, gute Kitas, auch gute Sportvereine, Verbände. Also ich will mal jetzt den Landessportbund Berlin loben, die wenigstens in ihren Vorschriften geregelt haben, dass die Vereine auch bei den ehrenamtlichen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis verlangen sollen. Natürlich nicht bei der Mutter, die mal den Kaffee kocht, sondern die dafür Kriterien erarbeitet haben und gesagt haben, gut, wer mit Kindern verreist. Ja, das Thema haben Sie ja gerade auch nochmal angesprochen. Wenn natürlich so ein Übungsleiter mit den Kindern eine Woche verreist, dann wollen wir eigentlich so ein Führungszeugnis sehen, auch als Selbstverpflichtung. Alles, das sind natürlich Dinge, die passieren können. Und es gibt natürlich auch Einrichtungen, die sich eben Sachverstand rangeholt haben für Fortbildung. Ausbildung ist nochmal ein Thema, dauert immer ein bisschen länger, wie wir wissen. Aber Fortbildung kann sich jeder an seine Schule holen. Und das kann dann auch nicht mal eine Veranstaltung sein, wo ich sage, hol ich mir mal jemanden und dann ist wieder für die nächsten fünf Jahre Ruhe, sondern wo man sich auch Leute in die Einrichtung mal reinholt, die sagen, wie könnte denn jetzt so ein Schutzkonzept bei uns aussehen? Was verlangen wir bei Einstellungen? Wie gehen wir schon bei Einstellungen neuer Kolleginnen und Kollegen um? Was machen wir mit denen, wo es noch Nachholbedarf gibt? Also da ist, das ist alles gar nicht so schwer. Da liegt eine Menge dazu auf dem Tisch, müssen wir gar nicht viel neu erfinden. Aber es muss eben umgesetzt werden. An der Stelle sind wir jetzt. Vielen Dank. Bevor ich das jetzt eröffne, noch eine ganz kurze Frage an Sie, Frau Kegler, weil das sozusagen jetzt ja von Herrn Füller angesprochen wurde. Warum hat sich die Reformpädagogik jetzt als Bewegung, sage ich mal, dass man kann ja nicht sagen, das ist nur die Adresse der Reformpädagogik, aber es gibt da gewisse Zusammenschlüsse, denen Sie auch angehören, so schwer getan mit dem Thema. Sie sagten zwar, Sie haben diesen Kongress abgesagt, aber es gab ja keinen anderen Kongress, der sich mit diesem Thema befasst hat. Und es gab ja auch, wenn ich das richtig sehe, jetzt keine Bücher oder Tagungen und eigentlich sind Reformpädagogen ja sehr gut im Organisieren von Kongressen und im Schreiben von Büchern und Artikeln. Da sind sie ja wahnsinnig schnell immer. Irgendwie hat man das Gefühl, hier gab es denn doch ein Schweigen oder nicht? Ja, also zum einen ist es ja so, wenn man jetzt selber nicht betroffen ist, also nicht eine Schule hat, an der Probleme sind und um sich herum auch diese Probleme nicht sieht oder nicht hat, dann ist man natürlich nicht so betroffen wie jetzt eine Schule, die so im Fokus steht. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich auch vorhin schon angedeutet habe, dass mit diesem Missbrauch auch, und man mag ja das Wort eigentlich in dieser Weise schon gar nicht so, eigentlich schon ein schwieriges Wort, ja, also ein fast zu schwaches Wort, also dass durch diesen, durch dieses letzte Jahr es deutlich geworden ist, was es mit der Verehrung von bestimmten Menschen auf sich hat. Und dass Heldenkultur oder Helden oder ja, Menschen, an denen man sich zu sehr orientiert, in jeder Weise ein Problem sind. Und dass es darum geht, sich zu befreien aus solchen Verehrungs-, ja vielleicht sogar Ritualen und eigene Wege zu gehen. Also eigentlich ja der oberste Leitsatz jeder fortschrittlichen Schule, egal ob reformpädagogisch geprägt oder anders, dass man nämlich ein eigenständig denkender Mensch wird, im kantschen Sinne, wenn man so will. Also das bedeutet eben auch, dass man sich von bestimmten Leitfiguren verabschieden muss oder verabschiedet. Und ich denke, das braucht auch eine gewisse Zeit, zu sagen, ja gut, jetzt geht was Neues weiter. Das heißt mal ganz konkret jetzt, Sie würden jetzt sagen, Sie haben ja schon mehrfach genannt, die Verehrung von Herrn Hentig hat letztlich die Leute so zurückgehalten, sich mit diesem Thema doch offensiv zu beschäftigen. Nicht nur von Herrn Hentig, sondern schon im weiteren Sinne. Wobei ich jetzt mal als Schulleiterin einer Montessori-Schule Ihnen auch widersprechen muss, Herr Ansari, nicht die Reformpädagogik ist Landerziehungsheim. Das stimmt einfach nicht. Es gibt durchaus auch andere Ansätze. Also zum Beispiel die Montessori-Pädagogik ist Reformpädagogik, auch zeitgenössisch, ja. Das sind ja Zeitgenossen gewesen. Also es sind nicht immer Landerziehungsheime. Und ja, die Verehrung, natürlich, die muss neu überdacht werden. Ob es immer auch eine Verehrung war, gut. Also doch, würde ich schon sagen, ja, da muss etwas Neues passieren. Es muss etwas an die Stelle treten, auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass die Beziehung, die wir mit den Kindern aufbauen müssen, dass wir die ad acta legen und wieder in alte Verhältnisse zurücktreten. Das kann ja nun auch nicht der Sinn der Sache sein. Aber ein Satz dazu, Martin, noch, Herr Spiewak. Ich bin ja sozusagen auf diesen Reformpädagogenkongressen zu Hause. Ich bin ja immer da zu Besuch. Und mein Problem ist, ich habe mit denen allen versucht zu reden. Und ich kann mal sagen, 60% meiner Gesprächspartner, die eigentlich potenziell möglich wären, haben überhaupt nichts gesagt. Und die anderen, 40% von denen haben, also 30% Punkte, also sozusagen ganz viele Zitate wieder geschwärzt und rausgeholt. Und ich habe auf dem Bütz-Kongress einfach ganz viele. Das ist der Blick über den Zaun, also ein Verbund von reformorientierten, nicht reformpädagogischen, reformorientierten Schulen. Ich bin auf diesem Bütz-Kongress und ich meine, das sind die Leute, die rundumhändig sind und die natürlich ganz viel gewusst haben, die im Trägerverein der Odenwaldschule sind. Sozusagen das Personal, ich will mal sagen, ehrlich, das Personal ist kontaminiert und zwar zu weiten Teilen. Und dieses Personal, du hast vorhin was völlig richtiges gesagt. Wir müssen total ehrlich damit umgehen. Ich kann das nicht erkennen. Ich habe bisher, außer dem Buch von Manfred Kappeler, von dir ein paar Äußerungen und von Oelkers, habe ich niemanden in der Szene, der wirklich eindeutig sagt, hallo, stopp, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und ich sage überhaupt nicht, dass dieses Beziehungsthema sozusagen, also jetzt ad acta gelegen werden muss und wir müssen sozusagen Marsch, Marsch zurück in die Wilhelminische Paukanstalt. Das sage ich überhaupt gar nicht. Dafür finde ich die Schulen viel zu faszinierend. Mein Problem ist sozusagen, dass diese Szene komplett zumacht und sich nicht äußert. Das ist zum Beispiel die Frage, Ulrike, du hast vorhin gesagt, wir haben den Kongress abgesagt, wir haben nicht geredet. Was macht ihr bei eurem Kongress, der jetzt kommt? Redet ihr darüber? Wird es dort Foren geben zu dem Thema oder wird es ein Non-Thema sein? Wird es wieder nur auf den Fluren diskutiert? Gut, vielen Dank. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben doch relativ lange diskutiert, aber wir haben auch noch Zeit. Da sind, glaube ich, ein oder zwei Mikros. Ich würde Sie auffordern, wenn Sie was sagen wollen, kurz Ihren Namen zu sagen und den Hintergrund sozusagen. Ich würde schon sagen, Sie dürfen natürlich auch Erfahrungsberichte oder Erfahrungssprengsel hier abgeben, aber bitte keine Referate oder längeren Berichte. Ich würde die Fragen und sagen Sie immer, an wen es gerichtet ist, denn auch aufschreiben, weil das sind ja verschiedene Themen. Einmal ist es die Odenwaldschule, dann ist es die Reformpädagogik und dann ist es der Missbrauch insgesamt, sage ich mal, in pädagogischen Einrichtungen. Irgendwo da in der Mitte war, glaube ich, der erste Herr, der jetzt gerade da aufsteht. Mein Name ist Wagner, Wolf Wagner. Ich bin aus der Bildungsdiskussion drin, habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, Tatort Universität und möchte hier vielleicht aufklärend helfen. Reformpädagogik gibt es hier in zwei Traditionen. Aus der Aufklärung, Sie haben Frau Kegler gerade auf Kant zurückverwiesen, wo es das autonome Individuum ist und die Selbsttätigkeit der Kinder, die sozusagen der Kern ist. Und dann gibt es den aus der Romantik, den Bildungsbegriff aus der Romantik, der eben von der Sinnlichkeit und eigentlich anti-aufklärerisch auftritt. Und der kommt jetzt zu der Reformpädagogik, über die wir jetzt hier reden. Das ist ja dann von Nietzsche her kommt mit diesem dionysischen Reinterpretation der antike Charisma. Da ist es der Georgigeist, der dann sagt, so man muss, da ist es die Nacktheit und der schöne Körper ist sozusagen zentrales Element der gesamten, des Bildungsbegriffes der Pädagogik. Und da darf man sich überhaupt nicht wundern, dass das dabei rauskommt. Das war ja schon in den 20er Jahren und in den 10er Jahren war das ja schon polizeibekannt. Das Verrückte ist aber, dass dann 1970, als er mit der Studentenrevolution, der aufklärerische Begriff mit Reich und Miet meint, aha, Sexualität sei das Mittel, um die Welt zu verändern. Wenn ich meine Briefe von damals lese, schäme ich mich, weil ich war auch mit Jugendlichen am Arbeiten und dachte, deren Pädagogik, deren Sexualität muss ich ermutigen, weil dadurch werden sie freie Menschen. Da kommt also sozusagen beides zusammen und macht es explosiv. Vielen Dank. Die Dame da? Ne, da vorne mit dem türkisen Pullover. Ja. Ich glaube, es waren noch welche vor mir, aber ich nutze die Chance. Iris Hölling, ich bin Geschäftsführerin von Wildwasser hier in Berlin. Und ich wollte Frau Kegler... Wildwasser ist ein Verein, der sich... der älteste Verein, der sich gegen sexuellen Missbrauch in Deutschland wendet und Mädchen und Frauen, die selber sexuelle Gewalt erlebt haben, unterstützt. Ich wollte Frau Kegler was fragen. Ich finde es ein bisschen zu einfach zu sagen, wir müssen uns jetzt von unseren Vorbildern verabschieden und sind jetzt in dem Prozess und können deshalb dann nicht sagen, dass das schwierig ist, keine Frage für diejenigen, die sozusagen lange eng mit denen zusammengearbeitet haben, die diese Systeme von sexueller Gewalt unterstützt haben. Ich denke, man muss sich schon dann auch angucken, was hat es mit mir zu tun. Und zu sagen, an meiner Schule hat es keine sexuelle Gewalt gegeben und deshalb bin ich weniger betroffen, ist, finde ich, ein bisschen der falsche Ansatz. Also ich denke, es ist sehr wichtig zu gucken, was könnte es mit mir zu tun haben, was kann ich tun, damit ich das verhindere. Und wie muss ich die Beziehung gestalten, um die Grenzen zu wahren und so. Also ich finde, wir werden erst zu einer Veränderung kommen, wenn alle sich fragen, was könnte es mit mir zu tun haben und was muss ich in mir in meinem pädagogischen Konzept auch angucken, um es zu verhindern. Also nur dann kommen wir weiter. Vielen Dank. Wie gesagt, wir sammeln so ein bisschen. Ich glaube, hier vorne war der Herr. Ja, ganz hier vorne. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Sascha Zumbusch, bin heute Abend in der undankbaren Rolle die Ohrenwaldschule zu vertreten. Ich möchte trotzdem mal auf einiges eingehen, was hier gesagt wurde. Also zuerst mal, Frau Kegler, wenn Sie ja gesagt hätten, wird es der Schule heute bestimmt sehr viel besser gehen. Es ist hier durch diverse Beiträge der Eindruck entstanden, dass heutzutage nichts passiert an der Schule. Und das muss ich ganz entschieden zurückweisen. Das ist gerade in dem letzten Jahr, nachdem wir sozusagen, also ich sage jetzt wir, obwohl ich damals noch nicht dabei war. Ich bin Mitglied des Trägervereins, muss ich dazu sagen und deshalb gebeten worden, hier hinzukommen. Und Altschüler, haben Sie mir vorhin gesagt. Und Altschüler. Ich habe genau zu der Zeit die Schule besucht. Ich habe bei Herrn Ansari mein Abitur gemacht in Chemie. Und ja, wir sind mit Gewalt, mit berechtigter Gewalt dazu gezwungen worden, uns endlich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist aber nicht so, dass jetzt in dem letzten Jahr zum Beispiel gar nichts passiert wäre an der Schule. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es sind sehr, sehr viele Schritte unternommen worden. Zum Beispiel können Sie ein, zwei Schritte, also alle nicht, also bitte nicht, aber ein Schritt oder zwei, eins schon. Nein, das Wichtigste ist, dass eigentlich damals vereinbart wurde und zwar mit den Schulbehörden und den Jugendämtern, die mit der Schule direkt zu tun haben, ein Sieben-Punkte-Programm verabschiedet wurde und das ist komplett abgearbeitet worden. Dazu gehören Supervisionen, Weiterbildungsveranstaltungen, permanente Überwachung, die Einrichtung der Ombudsstelle und noch einige andere Geschichten. Was die Aufarbeitung des Systems betrifft, was Herr Föller erwähnt, ich glaube auch, dass es dieses System gibt und gegeben hat, ist es so, dass wir momentan im Gespräch sind mit Personen aus der Wissenschaft, die gesagt haben, sie wollen sich damit beschäftigen, aber sie wollen auf keinen Fall von der Odenwaldschule dafür bezahlt werden und die sind gerade dabei, also Finanzierung dafür zu suchen, damit hundertprozentig gesichert ist, dass sie unabhängig sind. Also es wird dort was passieren und es wird auch weiter aufgeklärt. Der Abschlussbericht von Frau Burgsmüller und Tillmann ist dann nicht das Ende, sondern eigentlich erst der Ausgangspunkt für die wirkliche Untersuchung, die da passiert. Das sind zwei Rechtsanwältinnen, glaube ich, Juristinnen. Das eine ist eine Richterin AD, eine Strafrichterin AD aus Frankfurt und das andere ist eine Rechtsanwältin, die sich mit Missbrauchsfällen sehr intensiv beschäftigt hatten. Die haben diese Berichte erstellt, die kann man auf der Odenwaldschule-Seite runterladen. Dann, bitte, den letzten Bericht leider nicht und damit bin ich gleich bei meinem nächsten Thema mit den demokratischen Strukturen, die wir haben und die auch in Kraft sind, die mich manchmal meinen letzten Nerv kosten, weil wir teilweise nicht weiterkommen, denn wir müssen sämtliche beteiligten Gruppen mitnehmen in diesem Prozess und wir müssen sie von dem, was wir da tun und zu tun versuchen, überzeugen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich spreche hier sowohl von den Mitarbeitern als auch den Schülern, den Allschülern, alle beteiligten Gruppen, da gibt es die sogenannten Bedenkenträger, die durchaus im demokratischen Prozess dann ihren Einfluss geltend machen und nicht ganz erfolglos sind. Vielen Dank. Wir müssen es jetzt ein bisschen einschränken. Eine ganz kurze Sache wollte ich noch sagen. Es wurden die Grenzen angesprochen. Die Grenzen werden nicht aufgehoben, wenn man das macht, sondern sie verschieben sich natürlich. Und auf der Odenwaldschule wird unter den Mitarbeitern sehr viel weiter gefasst von Grenzverletzungen gesprochen. Ja, also es wird versucht, Grenzverletzungen zu verhindern. Und da geht es nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern um das Nichtbeachten der Individualität der Schüler. Vielen Dank. Es waren sehr viele, glaube ich. Dann sagen wir mal der Herr da vorne jetzt. Zwei, drei. Ja, mein Name ist Christoph Schmidt. Ich bin Internatsleiter des Internats der See-Schule Rangstorp. Wir haben 60 Schüler im Internat, 220 in der Gymnasium und der Oberschule. Bisschen lauter reden. Nicht daran, okay. So ist es besser. Und ich glaube schon, dass, was Sie angesprochen haben, Herr Füller, dass es hier bei den Landerziehungsheimen und auch bei der Odenwaldschule ein strukturelles Problem war. Das, was uns hilft, ist Transparenz. Transparenz in unseren Prozessen, Transparenz in der Personalauswahl, Transparenz als Schule, eine offene Schule zu gestalten, wo wir zum Beispiel Teams haben, vom Leitungsteam bis zu dem Team, das die Schüler betreut, die immer gemischt geschlechtlich sind, wo grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip gilt, was Sie angesprochen haben, wo wir eine offene Schule gestalten. Was uns persönlich nicht hilft, war das, was Frau Bergmann sagte, im erweiterten Führungszeugnis. Ich glaube, dass die acht beschuldigten Lehrer der Odenwaldschule immer noch ein makelloses Führungszeugnis haben. Das sind Dinge, die irgendwie für uns in der Praxis keine Rolle spielen. Sondern wir müssen es einfach schaffen, das Problem zu benennen, immer zu benennen. Und gleich bei Kleinigkeiten, wenn es heißt, aus der Oberstufe, dass ein Lehrer besonders gute Zensuren gibt, weil die Schülerinnen besonders gut aussehen und ihr Dekolleté zeigen oder so, dann müssen wir das thematisieren. Und das müssen wir aushalten. Innerhalb der Schule diese Diskussion zu führen, da anzufangen, wo sich ganz kleine Dinge zeigen von Übergriffigkeit, von Verschiebungen und so, das müssen wir auch als Schule erstmal aushalten. Hat sich denn an Ihrer Schule irgendwas verändert, wenn Sie sagen, im letzten Jahr ist was passiert oder sprechend jetzt, was man machen müsste? Nein, also wir haben ganz klar, wir haben, die Schule ist erst zehn Jahre alt. Das heißt nicht, dass ich hier sage, bei uns kann es sowas nicht gegeben haben oder so. Das ist ganz klar, das kann man nie ausschließen. Aber wir haben von vornherein versucht, diese Prozesse transparent zu gestalten, die Mitarbeiter von vornherein zu sensibilisieren und selber auch sensibel zu sein bei Bewerbern. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die eine solche Neigung haben, sich Organisationen suchen, in denen eine bestimmte Atmosphäre herrscht. Und gleichzeitig deutlich zu machen, hier herrscht eine andere Atmosphäre. Hier werden Probleme sofort benannt, hier werden Probleme öffentlich gemacht und breit diskutiert und wir handeln. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Danke. Vielen Dank für den Hinweis. Sonst noch? Am Anfang waren es sehr viele, jetzt auf einmal nicht mehr. Okay, da noch und dann da. Ganz hinten letzte Reihe und dann der Herr da in der Mitte. Danke schön. Ich heiße Wilfried Preipsch. Ich wollte erst mal eine Frage stellen. Wolf Wagener, sind Sie der von Uni Blöw und Angst? Danke, das Buch hat mich durch die Universität gerettet. Ich habe, das ist wirklich ein Klassiker, den kann man heute noch lesen. Ja, was mir auffiel, war, dass sozusagen diese Elite-Institution in einem sehr preußischen Chorgeister so reagiert hat. Und ich meine, Christian Füller hat ja nun in seinem Buch eine Hinweise gegeben, wie der Klüngel sich zusammensetzt. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass die Institution sich zuallererst schützt und dann den Verdachtsmomenten gar nicht nachgeht oder den Anhaltspunkten. Die Frage ist, Sie haben sie nicht beantwortet, aber im Buch ist es ja erwähnt worden, dass Becker offensichtlich ein Talent hatte, jegliche Kontrollorgane, die es dort gab, ich kenne die Verfassung nicht, oder die Schulverfassung, auszuhebeln. Ein hohes Talent. Und ein alter Kumpel, Didi Villiers, den haben Sie auch erwähnt in einem Artikel, der war offensichtlich auch dabei, ein ehemaliger Taz-Genosse. Die Frage, die ich eigentlich habe, ist, wie kann man das heute vermeiden? Also solche Prozesse, solche Eingriffe in einer solchen Schule, die so organisiert ist. Also welche Institutionen, welche Regularien gibt es, um zum Beispiel die Macht eines Schulleiters in der Form auch einzuhegen? Das ist die eine Frage. Und die zweite, ja, die zweite ging an Ulrike, weil sie so schön, wir kennen uns aus dem ADZ, weil sie so wunderbarerweise gesagt hat, dass die Heldenverehrung aufhören muss. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie also darauf gekommen sind, Ulrike, Heldenverehrung mit Händisch und anderen Figuren sozusagen anzunehmen. Ich meine, dass er wunderbare Schriften formuliert hat, ist eine Seite, dass es eine Theorie gibt und eine genaue Beobachtung der staatlichen Schule und ihrer Verhehrung auch. Aber warum muss man denn eigentlich eine Heldenverehrung daraus machen? Welche Projektionen sind Ihnen eigentlich unterlaufen, sodass Sie halt also in diese Falle getappt sind? Denn es gilt immer noch der alte Van Morrison-Song, No Guru, No Method, nur Teacher. Sehr schön, dass Sie selbst scheinbar nicht in diese Falle gelaufen sind, aber es war sicher nicht nur Frau Kegel, aber sie wird da was zu sagen. In der Mitte dort war es, ja? Stehen Sie auf, damit die Dame mit dem Mikrofon weiß, dass Sie... Nehmen Sie bitte das Mikrofon, sonst... Ja, Markus Decker, ich bin Journalist, schreibe für den Kölner Stadtanzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung. Ich habe nur ganz kurze Fragen an den Kollegen Füller. Mich würde noch mal Näheres interessieren zum Fall von Weizsäcker. Du hast eben gesagt, du hast ihn viermal angeschrieben und viermal sozusagen geantwortet. Da würden mich noch mal Details interessieren. War das sozusagen, hast du viermal gesagt, lassen wir uns reden? Hat er viermal stumpf gesagt, wir reden nicht? Oder hat er noch mehr dazu gesagt? Und mich würde auch noch mal die Person von händig interessieren, wie du den einschätzt. Also ich hatte vor ein paar Jahren auch mal Gelegenheit, ihn zu besuchen in seiner Wohnung. War sehr beeindruckt von dieser Wohnung und von diesen unfassbar vielen Büchern und so. Heldenverehrung, da beginnt es. Ja, Heldenverehrung, ja, ja. Und das kriegt man sozusagen mit dem, was man jetzt da so hört, einfach nicht zusammen. Das ist so ein bisschen, auch wenn der Vergleich vielleicht etwas hinkt, wie Goethe zu Buchenwald, Weimar zu Buchenwald. Also da würde mich einfach noch mehr interessieren dazu. Gut, vielen Dank. Das waren jetzt verschiedene Fragen, die sich auch an verschiedene Leute richteten. Ja, hier vorne, bitte eine. Und dann. Ja, Ingo Langner, ich schreibe für die katholische Tagespost in Würzburg. Auch eine Frage an den Kollegen Füller. Ich habe sie heute Morgen schon im Radio gehört. Da haben Sie gesagt, Sie hätten 1999 diesen Artikel in der Frankfurter Rundschau schon gelesen und damals nicht reagiert. Das sei auch ein Grund gewesen, warum Sie sich jetzt mit dieser Sache so intensiv beschäftigt haben. Was war denn jetzt der ursprüngliche Ausgangspunkt für Ihre jetzige Beschäftigung? Eine Frage. Und die zweite Frage an Frau Kegler. Haben Sie auch schon 1999 diese Frankfurter Rundschauartikel gelesen oder ist Ihnen das so, wie Sie es jetzt hier auf dem Podium berichtet haben, diese ganze Dimension jetzt erst vor, ich glaube, zehn Monaten oder so klar geworden? Danke. Gut, vielen Dank. Wollen wir mit Ihnen anfangen, Frau Kegler? Das war jetzt eine ganz konkrete Frage erst. Und dann nochmal die Frage, die vorhin angesprochen wurde. Reicht es sozusagen zu sagen, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, meine Institution hatte damit ja nicht so viel zu tun, deshalb habe ich mich nicht so intensiv mit dem Thema befasst, jetzt mal zugespitzt. So ist es, glaube ich, angekommen. Erstmal die beiden Sachen vielleicht. Also 1999 habe ich das kaum wahrgenommen. Kaum. Kaum. Also wirklich kaum heißt, ja, also so ganz peripher, vielleicht mal irgendwas gehört. Ja, so. Also wirklich. Also wirklich, also 1999 muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, da war ich nicht in einer Position, dass ich darauf hätte reagieren können. Nein. Nee. Kannte ich nicht. Aber es klingelte bei Ihnen nichts. Sie sagten, nee, das ist seltsam, da muss man noch nachbohren, da muss man noch nachfragen, Kollegen fragen. Nein. Nein. Das war so. Das habe ich, aber jetzt natürlich umso stärker. Das zweite jetzt, die Frage, also wir sind davon nicht betroffen und deswegen interessiert es nicht. Also ich will mal so sagen, wir haben immer auch Vermutungen, Gespräche, Diskussionen über Kinder. Das hat ja Frau Bergmann auch gesagt. Wenn man weiß, dass, ich weiß nicht, wie jedes wievielte Kind in der Familie sexuell missbraucht wird, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber sie ist jedenfalls erschreckend hoch, dann kann man an keiner Schule sagen, das interessiert uns nicht. Das Thema haben wir nicht. Das Thema haben wir permanent und dauerhaft im Fokus, dass eventuell Kinder betroffen sein könnten. Und da haben wir uns auch sehr wohl schon professionelle Unterstützung geholt bei entsprechenden Institutionen und Einrichtungen. Und das Letzte war ja das, was jetzt die Heldenverehrung, das ist vielleicht auch ein sehr hartes oder übertriebenes Wort. Also ich habe Herrn von Hentich nicht persönlich verehrt. Ich habe auch Maria Montessori nicht verehrt. Ich fand die von Anfang an als Person ziemlich ungenießbar, weil die auch so eine Aura um sich herum aufgebaut hat. Aber ich sage für mich, dass ich von bestimmten Denkern oder Denkerinnen in meinem Leben sehr stark beeinflusst worden bin. Und da könnte ich jetzt auf den Schlag viele aufzählen, die Dinge auf den Punkt gebracht haben mit einem glasklaren Denken, die mich sehr beeindruckt haben. Gerade heute Morgen war wieder so ein Satz in der Zeitung von Ernst Jünger, was überhaupt die äußeren Dinge für uns bedeuten und wie die Welt dadurch gestaltet wird. So etwas beeindruckt mich. Oder ein Moment von einer englischen Schulleiterin, was sie meint, was gute Schule ausmacht. Das ist knallhart glasklar gedacht. Und das habe ich allerdings auch bei Herrn von Hentich gefunden. Und übrigens meine erste Wahrnehmung von Hentich war ein FATS-Artikel. Da wusste ich, habe ich noch nichts von dem gelesen. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Und heute weiß ich, dass es damals schon in dieses Zentrum ging. Nämlich da wurde er gefragt, wie er dazu kommt, so viele Bücher zu schreiben, so hervorragend die Dinge zu durchleuchten. Und hat er gesagt, wörtlich, das weiß ich noch genau, da war ich überzeugt, dass dieser Mann ehrlich sein muss, hat er gesagt, sehen Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit und dann komme ich nach Hause und da ist da dieses einsame Haus. Und da habe ich damals gedacht, der spaltet das nicht von sich ab. Seine Ideen spaltet er nicht von seiner Person ab. Wie man heute sieht, habe ich mich da offensichtlich getäuscht. Ja, aber damals hat mich das beeindruckt. Ich möchte zur Heldenverehrung etwas sagen. Ich habe etwas Polemisches gegen Herrn Hentich in ADZ veröffentlicht. Sie erinnern sich, das war das Gespräch mit Herrn Kahl, wo er dann sagt, die pubertierenden Jugendlichen müssen ein Jahr aus der Schule heraus. Da habe ich meine Polemik geschrieben. Es haben über 6.000 Leute diese Polemik gelesen. Alles ADZ-Mitglieder. Und nicht oder 6.000 haben jedenfalls. Egal, viele Leute haben es gelesen. Das steht heute noch. Und es war keine, keine einzige Antwort drauf oder Reaktion drauf. Das ist Punkt Nummer 1. Heldenverehrung. Keiner wagt dazu sagen, ich habe Unsinn geredet oder ich habe Recht. Sondern alle schwiegen. Aber jeder hat das gelesen. Das ist einer. Das Zweite ist ein Freund von mir. Seinen Namen möchte ich nicht benennen. Der hat mir wortwörtlich geschrieben. Also wenn es ein Bischof gewesen wäre, hätte er etwas unternommen. Aber nicht gegenhändig. Das macht er nicht. Das ist nur so viel zur Heldenverehrung. Und zur Unwärtschule möchte ich später eine Bemerkung machen. Aber wenn Sie jetzt schon dran sind, sagen Sie es heute. Ja. Also ich sehe das anders als Sacha Sombusch. Wir hatten die gleiche Situation 1999. Da behauptet die Schulleitung und die Konferenz immer wieder, wir haben eigentlich alles getan, nachdem diese zwei Schüler uns informiert hatten. Sie hatten dann einen sexuellen Ausschuss gebildet, bestehend nur aus Odenwaldschullehrern, was ja auch makabrer Geschichte ist und völlig unbegründet. Und sie behauptet, sie hätten vieles getan, aber eigentlich haben sie nichts getan. Ich beobachte an der Odenwaldschule eine Aggression gegenüber den Opfern. Die verschlägt mir den Atem, muss ich ehrlich sagen. Die ist unerträglich und das bedeutet für mich, dass dort nicht konkret gedacht wird, was eigentlich passiert ist. Sonst würde man sowas nicht machen. Des Weiteren möchte ich noch sagen, dass die Odenwaldschule und auch die Schulen, Blick über den Zaun, es nicht geschafft haben, mit den Betroffenen ein Gespräch zu führen. Das wurde in Gegenwart der gesamten Schule. Es gibt ja sogenannte Gesamtkonferenzen, wo man alle einlädt und dann lädt man auch die Opfer, in Anführungsstrichen, also die Betroffenen und sagt, wir wollen darüber diskutieren, weil das zur Aufklärung beiträgt. Genauso wie die authentischen Worte in dem Film, sie berühren uns. Und das hat die Odenwaldschule bis heute nicht gemacht, die anderen auch nicht. Und daher beobachte ich das alles mit größter Skepsis. Darf ich da direkt was zu sagen? Ganz kurz. Also aus dem Trägerverein heraus wünschen wir uns sehr, das machen zu können. Aber es ist mit den Mitarbeitern im Augenblick nicht zu machen. Ja, aber du hast ja vorhin gesagt. Nein, die wollen das nicht. Klares Statement. War ein ganz klares Statement. Christian, du wolltest jetzt sozusagen... Da kann man kurz anschließen, weil ja die Frage, wie kann ein Gerold Becker sozusagen eine superdemokratische Institution kapern? Wie geht es eigentlich? Und Sascha Zumbusch sagt ein bisschen was. Die ist so demokratisch, die Organisation, dass Becker da hineingeht und sozusagen diese gegenseitigen Blockaden nutzt. Und die Konferenz zu einer Schwarzbube wurde degradiert. Der kommt da hinein und sagt sofort, ich möchte ein Veto in pädagogischen fragen. Und das bekommt er. Er wendet es zwar nie an, aber er bricht sozusagen der Konferenz sofort das Genick. Also die Konferenz konnte anschließend zum Beispiel, hat sie mal beschlossen, dass ein Schüler, der geklaut hat, für zwei Wochen von der Schule verwiesen wird. Und nach fünf Tagen kreuzt dieser Schüler wieder auf bei einem Fest und die Lehrer sind total perplex und sagen, das kann doch gar nicht sein, wir haben dich doch für zwei Wochen sozusagen zum Abkühlen geschickt. Und da sagt er, der Gerold hat mich eingeladen. Damit zeigt der Schulleiter sozusagen dieser Institution. Das ist, das muss ich Ihnen wirklich sagen, für mich ein Schock gewesen, weil die Oso ist ja wirklich eine demokratische Schule gewesen. Und ich gehe ja auch immer durch die Gegend und sage mehr Demokratie, mehr Schülerbeteiligung. Und jetzt stelle ich fest, dass man so eine demokratische Institution relativ einfach knacken kann. So. Da gehört Richard, ich kann Ihnen dazu kein Gegenmittel sagen, ich kann Ihnen nur eins sagen, eine formal demokratische Struktur, also sozusagen eine Schülerkonferenz, die viel zu sagen hat, die bewirkt erstmal gar nichts. Sie müssen den Einzelnen dazu bringen, dass er mit Zivilcourage aufsteht und sagt nein. Auch das hat bei der Oso ja nichts geholfen. Richard von Weizsäcker, ich kann jetzt deine Recherche sozusagen hier nicht ersetzen. Richard von Weizsäcker beziehe ich ausdrücklich auf die Fragen der demokratischen Veränderung, weil ich glaube, dass das ein Mann ist, der den Riecher haben konnte. Der war nicht besonders oft im Terrega-Verein, aber er war zu diesem wesentlichen Zeitpunkt als Achtlehrer sozusagen gegen Becker revoltiert haben. Und er hat im Aufsichtsrat die Möglichkeit gehabt zu verstehen, was wollen diese Lehrer eigentlich. Und das hat er nicht getan. Ich habe ihm sozusagen mit ansteigender Präzision genannt, was ich will. Ich habe ihm gesagt, ich weiß in der letzten Mail von Weizsäcker, ich weiß anhand von Protokollen, dass Sie in dieser wichtigen Sitzung dabei waren. Nach dieser Sitzung war klar, jetzt hat Becker freie Fahrt. Er konnte damals, glaube ich, nicht wissen, dass zu dieser Zeit das Missbrauch besteht. Jedenfalls habe ich dafür keine Informationen. Das werfe ich ihm auch hier nicht vor. Ich sage... Genau, es ging um andere Dinge. Es ging um Verwahrlosung, Alkohol und so weiter. Also, muss ich mir vorstellen, die Lehrer haben den Antrag gestellt, Gerold Becker wegen pädagogischer Unfähigkeit zu entlassen. Und der Trägerverein hat die Achtlehrer entlassen. Also, das ist einfach schon ein Hammer. Das Problem, das ich habe, ist, ich habe den Text 1999 in der Frankfurter Rundschau eben nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe ihn nicht gelesen. Und in der Taz ist es sehr ungewöhnlich, weil alles, was in der Taz auf Seite 3 der Frankfurter Rundschau steht, wird uns praktisch zum destillierten Weiterabdruck überreicht. Und auch das ist nicht geschehen. Und es ist ganz interessant, die sogenannte Tickerlage unterscheidet sich im Jahr 1999 von der 2010 gigantisch. Verrückt. 1999 gibt es einen einzigen Nachrichtenagenturtext zum Thema Gerold Becker, UNESCO-Schule Hartmut-von-Hendig-Partner. Ein einziger Nachrichtenagenturtext, der von dpa nur im hessischen Landesdienst verschickt wird. Da steht eigentlich alles drin. Wenn Sie das heute lesen, sozusagen werden Sie echt nervös. Im Jahr 2010 gibt es in der Nacht von 6. auf 7. März, als die Frankfurter Rundschau berichtet und in der Woche darauf 199 Nachrichtenagenturen nur zum Thema Odenwaldschule. 700 zum Thema Missbrauch innerhalb von einer Woche. 1999 ein einziger Ticker, eine einzigen Nachrichtenagentur und das nur auf der Ebene von Hessen. Ein Satz noch zu Hartmut von Hendig. Ich gebe zu, ich habe Heldenverehrung betrieben, als Hartmut von Hendig beim Deutschen Schulpreis 2006 mich zu sich gewunken hat. Neben ihm stand Gerold Becker. Ich habe das nicht verstanden, nicht gewusst damals. Habe ich mir gedacht, Christian, super. Hendig hat dich gerufen, der hat dich erkannt. Der Ritterschlag ist da. Du bist durch. So, alles klar. Als ich ihm jetzt geschrieben habe, Herr von Hendig, Sie haben den Satz geprägt, der für mich sozusagen die kürzeste Kurzform von toller Schule ist, die Menschen stärken, die Sachen klären, hat er mir zurückgeschrieben. Ich hätte sozusagen die beiden Begriffe vertauscht. Es hieße erst die Sachen klären und dann die Menschen stärken. Das heißt, ich hätte die Proante nicht verstanden von seinem Satz und ich würde also auf Deutschland nicht begreifen, was er meint. Damit hat der Brief geendet. Er weiß nichts über die Odenwaldschule, hat er mir geschrieben. Und er ist natürlich zu einem Gespräch nicht bereit. Das ist für mich die Unfassbarkeit. Am 7. März, beziehungsweise eine Woche später, als Tanjev Schulz bei Hartmut von Hendig war und die Seite 3 verfasst hat in der Süddeutschen, sind, behaupte ich, in Deutschlands Zimmern die Bücherregale eingestürzt, wo überall der Hendig drinsteht. Und sie liegen noch am Boden und wir wissen noch gar nicht, was alles kaputt gegangen ist. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Vielen Dank, Herr Christian. Vielen Dank, Frau Kegler. Vielen Dank, Herr Ansari. Wenn ich jetzt keine Fragen oder Hinweise mehr sehe, doch. Also eben meldet sich keiner. Zwei kann ich noch dran nehmen. Der Herr dort. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Quintus von Tiedemann. Ich war vorhin auch hier kurz in dem Film zu sehen. Und ich habe jetzt den ganzen Abend hier zugehört, mir eigentlich fest vorgenommen, nichts mehr zu sagen, weil als ich in der Odenwaldschule damals aufs Podium gegangen bin, wenn man meinen Namen googelt, dann besteht er eigentlich nur noch aus Odenwaldschule, was einem auch für den eigenen beruflichen Werdegang richtig zum Nachteil werden kann, wie ich dabei feststellen musste. Ich habe jetzt doch mich entschlossen, noch mal was zu sagen, weil es eigentlich ziemlich unerträglich ist, wie Sie hier im eigenen Saft schmoren. Ich muss das wirklich mal so sagen. Und der Herr Föller hat ein Buch geschrieben, das habe ich innerhalb von einem Tag durchgelesen und war völlig fassungslos, wie ein Außenstehender derartig den Finger in die Wunde legt und es so auf den Punkt gebracht hat wie er. Es ist eine Kultur der Regellosigkeit gewesen, der völligen Verwahrlosung auf der Odenwaldschule. Ich war von 1973 bis 1976 auf dieser Schule. Ich habe diese Zeit verlebt und es war nicht nur Gewalt von Lehrern, sondern es war auch Gewalt zwischen Schülern. Das sind auch viele Dinge, die ich im Nachhinein erfahren habe, die mich sehr betroffen gemacht haben. Aber was ich eigentlich ganz besonders schlimm finde, deswegen muss ich doch mal ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist eine Altlinke. Die hat im Zweiten Weltkrieg auf dem Gut des eigenen Vaters erlebt, wie polnische Zwangsarbeiter misshandelt wurden und war in der 68er-Zeit bei jeder Demo dabei. Die hat sich vor jede Kaserne gesetzt, war wirklich eine Koryphäe der linken Bewegung. Ich bin damals als 13-Jähriger zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du, hier passieren Dinge, das kann nicht sein, das darf einfach nicht sein. Sie hat mir nicht geglaubt. Mein Stiefvater war Odenwaldschüler in den 50er Jahren. Ich habe ihm das erzählt. Er hat mir nicht geglaubt. Ich bin zu einem Lehrer mit meinem damaligen Schulfreund zu einem Lehrer in der Odenwaldschule gegangen und habe mit dem Lehrer gesprochen und habe gesagt, bitte holen Sie mich aus der Heldfamilie. Ich will aus dieser Familie raus. Daraufhin wurde ich zu Herrn Becker zitiert, auch in sein berühmtes Wohnzimmer, wo er mir dann sagte, du musst auf der Odenwaldschule nicht Abitur machen. Ich habe jetzt, also ich bin jetzt selber, ich habe selber vier Kinder, bin ein erwachsener Mann, ich habe jetzt den Schriftwechsel von meinem Stiefvater bekommen, von Gerold Becker, wie Gerold Becker systematisch meinen Eltern geschrieben hat, ja ich solle doch Schreiner werden und ich wäre doch nicht geeignet, Abitur an der Odenwaldschule zu machen. Es gab eine systematische Kultur des Wegguckens, des Ignorierens und da unterscheidet sich, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, diese Kultur des Wegschauens unterscheidet sich nicht von den anderen Kulturen des Wegschauens in der Vergangenheit. Das ist ein sehr, sehr schmerzlicher Erkenntnisprozess, den ich da gemacht habe und es ist teilweise auch heute noch so. Und ich kann eigentlich nur einen Tipp geben, deswegen ist es auch, entschuldigen Sie Herr Ansari, so absurd, dass Sie der Fackelträger da sind und sagen, sich erheben und sagen, so ginge das nicht. Sie waren einer der ganz wenigen Lehrer, die auf Regeln bestanden haben. Sie waren auch mein Chemielehrer und wir haben gesagt, was ist das denn für ein Vogel, der erwartet von uns, dass wir Periodensystem lernen. Das war eine absolute Ausnahmesituation. In der Regel hat jeder gemacht, was er wollte, aber eben leider auch mit Mitschülerinnen, es wurden Schüler gequält, es war komplett kultivierte Regellosigkeit. Das wollte ich mal loswerden und das hat mit Reformpädagogik nichts zu tun, sondern nur mit Verwahrlosung. Vielen Dank, dann werde ich doch noch mal ein, zwei andere annehmen. Der Herr daneben. Ja, guten Abend. Ich stelle mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Markus Bocklet, ich bin Abgeordneter des Hessischen Landtages und habe auch relativ genau ein Jahr gewartet, bis ich mich öffentlich zu dem Thema äußere, weil ich bin Berichterstatter einer Petition einer ehemaligen Schülerin an der Odenwaldschule und habe unzählige Gespräche geführt mit allen möglichen Menschen, die in diesem Zusammenhang beteiligt waren. Erstmal Kompliment an den Herrn Füller, ich habe Ihr Buch heute zu Ende gelesen. Ganz großes Kompliment. Eine konstruktive Kritik. Sie haben einen Teil ausgeblendet, aber den sollten Sie noch mal nachdenken, der mir aufgefallen ist. Der Teil der Jugendhilfe. Die Schule ist nämlich nicht nur Schule, sondern auch ein Jugendhilfe-Einrichtung und sie bekommt ein Drittel der Schüler noch heute von Jugendämtern zugewiesen und wir bauen gerade im Moment sehr stark daran, die Frage zu hinterfragen, wie kann man eigentlich heute nach wie vor keine Kontrollfunktion darüber ausüben. Das macht sich an dem Beispiel fest, Familienprinzip, deswegen komme ich dazu. Es gab vom Landesjugendamt Hessen eine ganz klare Ansage, dass die Odenwaldschule ihr Familienprinzip überdenken solle, überarbeiten solle und im Dezember hat der Trägerverein gesagt, es wird definitiv daran festgehalten. So und wenn ich das jetzt nur diese zwei Tatsachen nebeneinander stelle, stelle ich mir die Frage, wie wollen wir in fünf Jahren oder acht Jahren die Frage beantworten von potenziellen Opfern, die sagen, ihr wusste doch, dass das Familienprinzip eine unglaubliche Nähe und Machtfülle produziert. Dass ein Lehrer gleichzeitig Erzieher ist, dort das ganze Jahr lebt, bis auf die Schulferien. Also ich bin gelernter Sozialarbeiter, ich habe in Jugendhilfeeinrichtungen gearbeitet. Ich bin aber nach acht Stunden nach Hause gegangen und die Jugendlichen sind in eine andere Schule gegangen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich kann das klassische Schulsystem auf dem Tod nicht ausstehen. Ich freue mich über jede Montessori-Schule. Und es ist nicht, dass wir diese Debatte führen, aber wenn doch offensichtlich ist, dass eine der Rahmenbedingungen, eine, das ist, dass das Familienprinzip ein erhöhtes Risiko birgt, frage ich mich, warum mit einer derartigen Dogmatik daran festgehalten wird, dass eine Person das durchzieht. Punkt eins. Punkt zwei. Es wird gesagt, diese Schule, so wie sie geführt wird, und da weiß ich, wovon ich rede, ich bin bei den Grünen, die wird geführt wie eine Alternativ-Klitsche, wenn ich das mal sagen darf. Es gibt zwar formal einen Schulleiter, es gibt aber so und so viele Gremien, die alle irgendwann irgendwie mal ein Beto einlegen können. Also das habe ich 1980 bei den Grünen nicht erlebt, dass das so unstrukturiert ist. Und genau das ist ein Problem, dessen sich jetzt nichts bewegt. Warum wurde also Ende Dezember die Organisationsentwicklung an dieser Schule abgebrochen? Und letzter Punkt, entschuldige, ich weiß, die Zeit drängt, aber in dem Zusammenhang geht es, der wissenschaftliche Beirat stellt seine Zusammenarbeit ein. So, jetzt haben Sie drei Punkte, über die man mal gefühlt hat, und das Jugendamt weist ordentlich weiter zu, das eine weist zu, das andere weist nicht zu. Das sind doch Prozesse, wo man als Fazit macht, eine Schule gibt vor, macht ein paar Fortbildungen, macht ein paar Leitlinien, alles Signale, wertvolle Signale von mir aus auch. Aber dort, wo es wehtut, bewegt sie sich nicht. Und zwar Altlinke, ich komme zum Ende, und zwar Altlinke oder auch Neulinke, die sich nicht von draußen reinreden lassen wollen, wenn die Schule das nicht überdenkt. Und das ist ein Teil der Reformbewegung, immer nur ein Teil. Es gibt so viele Strömungen, dass ich Frau Kekler recht gebe. Es gibt so viele gute, wertvolle Teile. Aber dieser Teil, der braucht mal ordentlich einen hinter die Löffel, um wach zu werden, dass das, was er da tut, nicht förderlich ist. Gut. Ganz kurz dürfen Sie antworten, weil das ist jetzt ja massive Vorwürfe nochmal. Aber ganz kurz. Doch. Finde ich gar nicht so. Weil im Prinzip hat er ja recht. Ich empfinde ähnlich. Die Gegenfrage, wann haben Sie angerufen und angeboten, uns zu helfen? Wer fragt die Antwort? Bei wem? Ich wollte keine Antwort. Und bitte, wenn Sie vielleicht etwas sagen. Weil mehr da geworden sind. Na ja, von Gleichen ist nicht zu tun. Gut, egal. Jetzt haben wir die einmalige Chance, dass Sie auf einer gleichen Veranstaltung sind. Ich würde sagen, nachher können Sie sich nochmal auseinandersetzen. Jetzt die Dame noch und dann machen wir Schluss. Hallo, mein Name ist der Ivalo Frank und ich bin Filmreiseur. Und ich habe eine Frage und es war, ob ihr überlegt habt, die Kinder selber in sexuelle Missbrauch zu unterrichten. Weil ich finde es ganz gut, dass wir Erwachsene hier alle sitzen und diskutieren und uns schlau machen und so weiter. Was gemacht werden können und mit Strukturen und so weiter. Aber ich finde, dass ein Lösungsmodell oder was sehr Wichtiges zu machen ist, dass man die Kinder von ganz klein an selber, wie heißt es, dass man sie... sensibilisiert für solche Sachen. Das ist ja auch das, was Wildwasser so macht. Wollen Sie ganz kurz dann noch darauf antworten? Ich meine, das findet schon statt. Es gibt ja den Unterricht dazu. Also Sexualkunde... ... und so weiter unterrichtet? Nein, also nicht permanent und dauerhaft, aber es gibt schon Unterricht dazu. Ich meine, also das hier ist Struktur gegen Kinder und ich meine, es muss ein Teil der Unterricht sein. Permanent. Also das hier bringt Kinder um. Deshalb muss es auch wirklich als so eine Sache wahrgenommen werden und als ein permanenter Teil der Unterricht. Nicht nur in euer Schule. Ich kenne nicht so gut eure Schule, aber ich meine, in die... Also das hier ist das ganze Schulsystem gemeint. Vielen Dank für die Anregung. Es wird an einigen Schulen, glaube ich, gemacht. Ich glaube, Wildwasser arbeitet auch mit anderen Schulen zusammen, mit einigen Schulen zusammen sowas zu machen. Aufklärung... Ein Satz sagen, Prävention braucht die Verantwortungsübernahme der Erwachsenen und dann kann man anfangen mit den Kindern zu arbeiten, aber das ist das Erste, was passieren muss. Und wenn die Lehrer und Lehrerinnen an so einer Schule nicht bereit sind, Kindern zu glauben, wenn sie ihnen von irgendwas erzählen und ihre Grenzen zu akzeptieren und die Verantwortung für den Schutz zu übernehmen, dann braucht man mit den Kindern nicht arbeiten. Gut. Und zum Allerletzt jetzt die Dame noch und dann machen wir endgültig Schluss. Mein Name ist Julia von Weiler. Ich arbeite in derselben Branche wie Iris Hölling. Ich habe mich lange mit der Odenwaldschule auseinandergesetzt und mit vielen anderen Strukturen. Ich fand die Diskussion heute Abend in vielerlei Hinsicht erhellend, in vielerlei Hinsicht verstörend, manchmal viel zu abstrakt. Ich danke Ihnen, Herr von Tiedemann, wie schon auf der Oso sehr für Ihre klaren Worte, denn das ist das, was hier gefehlt hat. Und ich möchte ganz zum Schluss Ihnen allen noch mal mit auf den Weg geben. Das ist keine abstrakte Unterhaltung, die wir hier führen. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes vierte Mädchen und jeder siebte Junge sexuell missbraucht wird, wenn wir davon ausgehen, dass ein Täter viele Opfer hat, dann müssen wir davon ausgehen. Und zwar jeder einzelne von Ihnen in Ihrer Institution, dass sie mit Opfern arbeiten, die zu Hause missbraucht werden, aber dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die sexuell übergriffig sind. Und wenn diese Erkenntnis nicht stattfindet, und zwar bei jedem Einzelnen von Ihnen, und daraus die Konsequenzen gezogen werden und da mit aller Klarheit agiert wird, und bitte keine Leidfäden mehr, ich arbeite seit 20 Jahren in diesem Bereich und ich bin diese Diskussion mittlerweile wirklich wahnsinnig leid. Es geht darum zu handeln. Und wenn Sie sich den Film von Christoph Röhl irgendwann mal anschauen, dann werden Sie sagen, wir können eigentlich nur erwidern, indem wir aufhören zu diskutieren und indem wir anfangen zu agieren, und zwar zum Schutz der betroffenen Kinder. Ganz eindeutig. Vielen Dank. Das war jetzt nun kein versöhnliches Schlusswort, aber bei so einem Thema gibt es kein persönliches Schlusswort, sondern eher auch ein verstörendes Schlusswort. Wenn man die Zahlen sich anhört, dann wird einem natürlich auch klar, dass es überhaupt kein Problem nun von Reformschulen ist, sondern genauso von staatlichen Schulen, wie umgekehrt es genauso sehr gute Unterricht, sehr gute Lehrer gibt an staatlichen Schulen und nicht, dass die Reformschulen nur hier den besten Unterricht und die besten und so weiter und so fort. Von der Wilhelminischen Schule sind wir auch glücklicherweise sehr weit entfernt in staatlichen Schulen. Gut. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Frau Kegler. Vielen Dank, Herr Ansari. Vielen Dank Ihnen, dass Sie jetzt so lange ausgehalten haben. Ich soll sagen, Sie beide können sich ja nochmal unterhalten, sozusagen, weil es gab es ja irgendwie eine gewisse Störung da. Sie können das tun bei Wein, glaube ich, und Brezeln, die draußen, glaube ich, zur Verfügung stehen. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Vielen Dank. Vorteile. Vielen Dank.